Ich wünsche euch viel Spaß bei Podcasts rund um den Lustregen. Herzlich Willkommen zum Podcast rund um den Lustregen. Mein Name ist Yannick. Und mein Name ist Lennart. Und dies ist Folge 54 unseres Podcasts. Heute haben wir zu Gast einen Gast aus Hessen, nämlich den René bei Twitter, bekannt als Ed Rüsselt hier. Und er ist Fan von Eintracht Frankfurt und ein Teil des Eintracht Podcasts. Hallo René, grüß dich. Gude. Gude, genau. Fängt gleich mal richtig an hier. Also, Aufbau der heutigen Folge. Wir stellen den René natürlich zunächst einmal vor, so wie wir es immer machen. Dann gehen wir nochmal auf die letzten Spiele ein. Das 0-3 in Frankfurt und das 1-1 gegen Nürnberg jetzt am Samstag. Dann möchten wir nochmal kurz die aktuelle Situation beleuchten. Und auch einen Vergleich anstellen zwischen dem VfB und der SGE. Was ist seit 2016, was ja für beide Vereine ein wichtiges Jahr war, ein Schlüsseljahr war. Was hat es seitdem in die falsche Richtung gelaufen? Oder was ist bei der Eintracht einfach besser gelaufen? Und alles Weitere rund um den Brustring hört ihr dann im weiteren Teil. Genau. Jetzt stellen wir erstmal den René vor. Auch von mir nochmal hallo. Ja René, fang nochmal an. Wie bist du Eintracht-Fäng geworden? Wie bin ich Eintracht-Fäng geworden? Indem mich Kumpels damals mit ins Stadion genommen haben. Die waren alle irgendwie ein bisschen älter als ich. Und sind schon irgendwie länger ins Stadion gegangen. Und irgendwann, als ich so 14 war, haben sie mich dann mal mitgenommen. Und dann bleibt man dann irgendwie dabei hängen. Ich gehe davon aus, du kommst auch aus Südhessen oder zumindest aus Hessen. Ich bin gebürtiger Frankfurter. Ich bin da in der Nähe aufgewachsen. Und von daher, das war mit der Bahn eine gute 20 Minuten bis zum Hauptbahnhof. Und dann nochmal 10 Minuten weiter bis zum Stadion. Und dann bist du da. Und wenn da alle Kumpels irgendwie Samstag ins Stadion gehen, dann gehst du halt mit. Also die Eintracht quasi schon in die Wiege gelegt. Sehr gut. Du bist ja nicht... Ja, mein Vater ist damals halt mit seinem Vater zu Fuß quasi zum Stadion gegangen. Die haben da in der Nähe gewohnt und die konnten dann halt durch den Wald zu Fuß da hinlaufen. Also das hängt in den Genen quasi drin. Ja, auf jeden Fall. Du bist ja nicht nur Eintracht-Fan, sondern du bist auch Podcaster. So wie wir, nur halt zur Eintracht. Und zwar beim relativ eindeutig benahmten Eintracht-Frankfurt-Podcast. Das ist nicht so umständlich wie bei uns, wo man sich erst überlegen muss, was hat das mit dem Brustring auf sich, der Podcast zur Eintracht Frankfurt heißt Eintracht-Frankfurt-Podcast. Wie ist der denn eigentlich entstanden? Erzähl mal ein bisschen. Ja, ob die Namenswahl damals so richtig war, da bin ich mir heute nicht so einig. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht damals hätte irgendwie einen anderen Namen wählen sollen. Wie ist der entstanden? Ich habe eigentlich ganz klassisch, ich habe mir irgendwann ein iPhone gekauft und bin dann irgendwann auf diesen Podcasts hängen geblieben. Und nachdem ich mir die zwei Jahre angehört habe und eher mit so klassisch irgendwie Technik-Podcast und so ein bisschen klassische Laber-Podcasts eingestiegen bin, war ich dann verzweifelt auf der Suche nach irgendwie einem Angebot rund um die Eintracht. Und da gab es nichts. Und gleichzeitig gab es so ein bisschen diesen Frust, dass in so diesen ganzen klassischen Berichterstattungsmedien, sei es jetzt Sportschau, damals, zur damaligen Zeit, hätte ich Doppelpass auch noch zu normalen, seriösen Berichterstattungsmedien dazugehört. Das hat sich seitdem auch ein bisschen geändert. Habe ich nichts gefunden. Und ich kannte halt so ein paar Leute, die halt so Podcasts und so Geschichten irgendwie machen. Und die haben dann gesagt, ja, dann fang halt einfach an, wenn es das nicht gibt. Und das habe ich dann 2010 getan und habe die ersten Folgen angefangen, alleine ins Mikro zu reden, was ziemlich doof ist, wenn man alleine so ins Mikro redet und da irgendwie nichts zurückkommt. Und dann kam die Alex irgendwann dazu und dann kam der Marvin dazu und dann der Sebastian und dann der Ressus und dann sind die wieder weg und dann kam der Basti dazu. Ja, nun sind wir da, wo wir heute sind mit einem kleinen Vorsprung anfolgen, würde ich sagen. Ganz leicht. Ihr hattet doch auch nicht allzu lange Zeit ein Jubiläum, glaube ich, letztes Jahr irgendwann. So eine runde Zahl. Was war es? Die 300 haben wir letztes Jahr voll gemacht. Genau, 300 war das, genau. Wir nehmen morgen die 347 auf. Dienstnächstes Jubiläum ist nicht weit weg. Ist nicht weit weg. Ist nicht weit weg. Also es könnte quasi mit dem Erreichen eines Champions-League-Platzes könnten wir auch die 350. Folge irgendwie rund machen. Das wäre natürlich echt rund. Bei uns ist es dann wahrscheinlich irgendwie die 60. oder so was, die 100. zum erneuten Wiederaufstieg oder so was in ein paar Jahren. Zum Wiederaufstieg. So ganz unbekannt ist das Thema ja auch nicht. Wir haben ja auch ein paar Jahre aus der zweiten Liga heraus gepodcastet. Ob das unbedingt jetzt schöner ist oder nicht, weiß ich nicht. Uns wird immer nach wie vor nachgesagt, unsere Folgen sind besser, wenn wir schlechter gelaunt sind. Ich weiß jetzt nicht, ob das eure Hörer auch sagt. Also ich kann es als, ja, das ist, sagen wir mal, wir haben 2015 angefangen in der Abstiegssaison und waren eigentlich nur mal kurz zwischendurch gut gelaunt in der zweiten Liga und der Zurückrunde. Ansonsten. Ja, aber wir haben aber auch, also gut, der Tom, wenn der da ist, dann ragt ja schon ganz schön. Allerdings nicht so in dem Maße, wie der Marvin und der Basti und ihr das tut. Vor allem der Marvin und der Basti sind ja nicht nur bei euch aktiv, sondern die haben sich ja mittlerweile auch noch ein zweites Standbein gesucht, wenn man das so nennen mag. Nämlich Fußball 2000. Ich weiß nicht, ob das das zweite oder schon das sprichwörtlich dritte Bein oder irgendwie was ist. Also das ist mehr als das, ja. Ja, auf jeden Fall. Wann machen die sich denn abtrünnig bei euch und machen das hauptberuflich mit dem Fußball 2000? Hast du da Befürchtungen, dass die irgendwann zu groß werden für den Eintracht-Podcast? Näm, näm, also die Befürchtung habe ich definitiv nicht. Es ist eine komplett andere Zielgruppe. Es ist ein komplett anderes Format. Es ist halt Video, es ist YouTube-like. Also da kannst du keine zwei Stunden auf YouTube bringen. Ich bin ja immer wieder erstaunt. Wir hauen unsere Folgen ja parallel auch auf YouTube, einfach, weil es relativ einfach zu handhaben ist und keinen großen Aufwand betreibt. Und es gibt da halt auch eine Menge Leute, die sich das da anhören. Ich gucke ja auch eine Menge YouTube, aber zwei Stunden wäre mir ganz ehrlich für das Medium ein bisschen zu viel. Von daher glaube ich nicht, dass die sich da mit Fußball 2000 komplett eigenständig machen. Da würde ich mir aber, was die eher Gedanken machen, wenn der jetzt irgendwie mit seinem 4., 5., 6. Podcast auch noch irgendwelche Preise abräumt, dann würde ich mir da mehr Gedanken machen als mit Fußball 2000. Ich wollte gerade sagen, da gibt es ja noch 3,90 und das Wettbrötchen. Und ja, also ohne jetzt zu... Ja, wer weiß, was als nächstes da noch irgendwie kommt. Ja, ja. Ja, ja. Aber es läuft auf jeden Fall ziemlich gut für euch. Nicht nur sportlich, sondern auch sonst habt ihr ja... Ihr wart, glaube ich, auf der Shortlist für den deutschen Podcast. Nee, ne, ne. Du darfst nicht durch den Podcast des Jahres letztes Jahr, ne? Wir waren auf der Shortlist und wir waren auch der einzige Vereins-Podcast unter den Szenen, die ja auf der Shortlist waren. Alles andere waren ja eher übergreifende Formate. Also wir sind Deutschlands bester Vereins-Podcast dadurch. Sehr schön. Sehr schön. Glückwunsch. Glückwunsch, ja. Zurück zu dir. Nochmal ganz kurz. Ich habe nochmal in deine Twitter-Biografie geschaut. Da steht Video und Fotomacher. Ja. Was machst du da? In welche Richtung geht das? Ich mache das eher so für mich und das schleift auch gerade so ein bisschen. Ich stecke da so ein bisschen in so einer Schaffenskrise. Ich habe irgendwann... Ich sagte ja, als ich mit den Podcasten angefangen habe, ich kenne da so relativ viele Leute und die meisten Leute, die ich da kannte, waren halt eher so aus diesem Videoumfeld. Dann bin ich da halt auch so ein bisschen quasi reingewachsen. Und das war eigentlich immer so meine große Leidenschaft, irgendwas mit Audio, Video und Foto machen. Und momentan, ja, ich weiß nicht, ich habe die Kamera jetzt bestimmt seit einem Jahr nicht mehr wirklich angefasst. Irgendwann geht es einem so ein bisschen auf den Nerv. Mal gucken. Vielleicht kram ich es irgendwann wieder raus. Also von daher muss ich wahrscheinlich meine Twitter-Bio mal wieder aktualisieren. Schade. Ich dachte, ich grabe jetzt hier noch irgendwelche Videoschätze aus bei YouTube. Gut, aber Audio... Es gibt Videoschätze bei YouTube. Wir haben als Eintracht-Podcast auch mal eine Zeit lang Video gemacht. Eine unserer ersten Folgen, die wir gemacht haben, waren tatsächlich Video. Und es gibt eine legendäre Folge, wo Alex, da war sie noch ein bisschen öfter dabei, Michael Skippe interviewt. Und ich habe immer mal überlegt, ob ich so eine Tiamo-Musik und so ein Herzchenregen da mit reinbaue. Weil das schon sehr lustig aussieht. Sehr schön. Gut. Dann zum Abschluss, bevor wir jetzt gleich auf das Spiel vom vorvergangenen Wochenende kommen, noch die drei Fragen, die wir jedem Gast stellen. Dein erstes Eintracht-Spiel im Stadion. Welches war das? Das weiß ich sogar noch sehr genau, weil ich die Eintrittskarte heute noch habe. Es war am 7.12.1996 gegen Oldenburg und wir haben verloren in der zweiten Liga. Es war ein ziemlich bescheidenes Spiel. Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade überlegt, Oldenburg, die sind noch nicht aufgestiegen. Ach, das war aber, ja, ja. Das war in der zweiten Liga, aber da hat Gaudino noch ein Tor geschossen. Das weiß ich noch. Schon zwei, drei Tage her. Lang ist es her. Erstes Eintracht-Trikot. Von wem? Oder hast du überhaupt Eintracht-Trikots? Ich habe Eintracht-Trikots. Ich habe alle ohne Flock. Ich weiß nicht, ich war nie so der Freund von Flock, aber mein erstes Trikot ist auch aus der Saison 96, 97. Das ist dieses Wunderbare mit diesem gigantischen Mitsubishi-Logo vorne auf der Brust. Es ist nicht das Schönste. Definitiv nicht, aber es ist das Erste, was ich habe. War das weiß oder schwarz-rot gestreift? Das ist rot-weiß und schwarz gestreift, ja. Ach ja, ich glaube, ich weiß, welches du meinst, ja. Und dann dieses Mitsubishi-Logo da, Fett auf der Brust, was aus meiner Sicht irgendwie gefühlt zwei Nummern zu groß ist, aber damals war das wahrscheinlich der Grund, weswegen man noch irgendwie zwei Euro mehr bekommen hat oder damals war es ja noch Mark. Ich glaube, irgendwann wurde das wahrscheinlich reguliert, wie viele Zentimeter genau so ein Flock, so ein Sponsoren-Flock auf dem Trikot haben darf. Aber in den wilden 90ern war das, glaube ich, noch nicht so. Ja. Und die dritte Frage, dein Platz im Stadion, im Waldstadion. Ich bin gar nicht, ich bin gar nicht so oft im Stadion, weil ich seit 2012 nicht mehr in Frankfurt direkt wohne, sondern ins Rheinland gezogen bin. Und dann ist das mit Dauerkarte immer so ein bisschen schwierig. Aber wenn, dann nehme ich eigentlich das, was geht. Ja. Also außer Haupttribüne, da habe ich einmal gesessen und es war keine so gute Erfahrung. Es war teuer und es war keine so gute Erfahrung. Weil das Spiel nicht gut lief und die Leute drumherum nur am Puddeln waren, wie man bei uns sagt? Oder eher so generell das Ambiente? Das waren damals Karten, die habe ich für einen Kumpel von mir zum Geburtstag besorgt. Es war das Spiel gegen die Bayern zu Hause, bei dem am Ende Tarnat im Tor stand und die Eintracht verloren hat. Neben uns auf der Haupttribüne saßen Bayern-Fans in gehobenem Alter. Es war nicht schön. Ja, okay. Das kann ich mir vorstellen. Man kann sich das vorstellen, ja. Gut. Ja, beim 0-3 des VfB in Frankfurt stand Michael Tarnat nicht im Tor und auch sonst. Ja. Warte, der hätte bei euch was gebracht? Ich weiß nicht. Beim 1-0, ich weiß es nicht. Blicken wir mal aufs 3-0 in Frankfurt. Yannick, möchtest du das übernehmen? Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Also zur Aufstellung. As-Kazibar war gelb gesperrt. Gentner rückte dafür dann auf die Achterposition. Castro auf die 6 und mit González im Sturm wurde begonnen. Das heißt, da gab es dann schon die ein oder andere Änderung zu den vorherigen Spielen. Das System war eigentlich das Gleiche. Lange Zeit, ein ziemlich ausgeglichenes Spiel, bis dann ein gewisser Philipp Kostic. Einige VfBler werden sich erinnern, der hat auch mal bei uns gespielt, kurz vor der Pause trifft. Lennart hat es gerade kurz angesprochen. War er haltbar? Ja, nein, vielleicht. Ja, können wir gleich auch nochmal drüber diskutieren. In der zweiten Halbzeit macht es die Eintracht dann einfach clever und eiskalt. Kostic verwertet nach einem Konter einen super Pass von Jovic. Nachdem auch Castro da nicht gerade gut aussieht, nicht richtig aufpasst. Und in der 84. Minute, dann macht die Eintracht eben den Deckel dann auch drauf. Auf das, mal in Kurzfassung gesagt, war das Gastspiel bei der Eintracht. Ja, René, möchtest du mal aus deiner Sicht beginnen? Du bist ja der Gast heute. Wie war das Spiel für dich? Also ich muss zugeben, die erste Hälfte war durchaus anstrengend für mich, weil ich fand, dass der VfB das eigentlich gar nicht verkehrt gemacht hat, gerade was die Abwehrleistung angeht. Ihr habt uns da so ziemlich geärgert, dadurch, dass ihr einfach so kompakt da hinten drin gestanden habt und uns da wenig eingefallen ist an der Stelle. Wobei man auch dazu sagen muss, das Ding in der dritten Minute von Jovic, wenn er da halt einfach eine Sekunde schneller im Kopf ist und das Ding halt quer liegt, dann ist das Ding halt auch drin und dann lauft ihr ab der dritten Minute in einem Rückstand hinterher. Und ich glaube, das wäre dann an der Stelle schon so ein bisschen der Todesstoß einfach gewesen. Aber so haben wir uns da schon ziemlich schwer getan. Ich meine, ihr hattet ja jetzt auch durchaus Chancen. Das Ding von Kempf da an die Latte, was anscheinend jetzt auch irgendwie so sein Signature-Wove geworden ist. Das hat er ja im letzten Spiel jetzt auch schon wieder gefragt, wie ich gesehen habe. Also ihr habt uns da schon so ein bisschen geärgert und da wenig Raum gelassen. Dieses 1 zu 0 kurz vor der Pause war halt einfach extrem wichtig für uns, einmal mit der Motivation da in die Pause zu gehen und euch halt auch so ein bisschen in dieses Spiel da rein zu zwängen. Weil wir halt eine unserer großen Stärken sind halt momentan einfach diese Umschaltsituationen und in die musstet ihr dann halt einfach zwangsläufig rein. Also das hat uns dann so ein bisschen da am Ende in die Karten gespielt. Aber so die ersten 45,5 Minuten habt ihr das eigentlich gar nicht so verkehrt gemacht. Warme Worte, warme Worte. Und am Ende haben wir trotzdem 0 Punkte. Ja, nee, ich sehe das ähnlich. Also die ersten paar Minuten, klar, wenn der, wie es der René gerade gesagt hat, wenn der Jovic querlegt. Ich glaube, Haller stand frei. Der stand sowas von frei. Der hätte den wahrscheinlich mit verbundenen Augen gemacht. Oder wir drei hätten den wahrscheinlich auch gemacht, den Ball. Ja, ich bin mir da bei mir nicht so ganz sicher. Aber ja. Ja, jetzt wollen wir uns nicht kleiner reden, wie wir sind. Aber ja, am Ende, in der zweiten Hälfte, da hat die Eintracht eben gezeigt, warum sie da oben steht. Ich meine, das 2-0, der Pass von Rebic war es, glaube ich, oder Jovic. Rebic war es. Also das war ja diese Freistoßsituation. Jovic haut das Ding quasi aus dem eigenen Sechzehner raus an den Mittelkreis, wo Rebic das Ding ja darunter fischt. Und der halt einfach, wir haben lange bei uns im Podcast gesagt, dass wir Rebic nicht so als den klassischen Zehner irgendwie sehen. Aber den Pass, den er da in den Lauf spielt, und ein, du hast ihn schon angesprochen, ein Filip Kostic, der quasi am eigenen Sechzehner startet und dann dieses Laufduell auf den letzten Metern noch gewinnt, um Zieler das Ding da rotzfrech durch die Hosenträger zu drücken. Also, ich glaube, besser kannst du das Ding nicht machen. Also wenn das nicht Tor des Monats wird, dann weiß ich auch nicht. Was mich ja bei dem Tor so genervt ist, ist, dass der Rebic, der konnte ja noch einmal sich um die eigene Achse drehen und hatte dann immer noch genügend Zeit. Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Dem kostet ja immer noch das Ding da direkt auf dem Fuß zu spielen. Und wir waren ja, obwohl es ein Konter war, waren wir immer noch mit vier Leuten da hinten. Also, ja, klar, Rückwärtsbewegung und so, aber... Naja, aber er stand ja auch nicht allein. Also, da standen ja zwei Stuttgarter mit ihm am Mittelkreis. Aber da hatte man auch irgendwie so dieses Gefühl, die haben vorher vereinbart, dass das Innere vom Mittelkreis ist irgendwie Lava und sie dürfen da nicht rein. Weil ansonsten hätten sie ja auf den Spieler rausgekommen. Ja, also ich hatte, also nicht nur bei der Szene, bei dem Tor hatte ich das Gefühl, dass der VfB eigentlich in der zweiten Halbzeit komplett nur noch hinterhergelaufen ist. Also alles, was irgendwie in der ersten Halbzeit gut lief, wo wir euch das Leben schwer gemacht haben, es war in der zweiten Halbzeit ein einziges Hinterherlaufen. Und irgendwie, man war irgendwie überhaupt nicht mehr auf der Höhe, wo du denkst, okay, du kriegst halt das Ding vor der Pause, ärgerlich. Können wir gleich noch drüber reden, wie das zustande gekommen ist. Aber dann kommst du aus der Pause und es passiert nichts. Ich meine, ja, der Eintracht ist ein starker Gegner. Aber ja, alle anderen da unten haben auch schon mal gegen einen starken Gegner gewonnen. Und wir kriegen es halt irgendwie wieder nicht auf die Kette. Also die zweite Halbzeit war... Klar. Du hattest immer noch 45 Minuten Zeit, was zu machen. Und es gab ja dann auch noch die eine oder andere Situation, wenn ich da an Esswein denke, der da plötzlich lossprintet. Ja, den Ball kann man auch mal besser aufs Tor bringen. Ich weiß nicht, ob euch die Szene gerade vor Augen ist, aber ja. Ja, so halb. Wir können ja mal ganz kurz auf die Kommentare gucken, die bei Facebook gekommen sind. Der Helge Weber hat geschrieben, weil ich gefragt hatte, wie fandet ihr den Auftritt? Kein schlechter Auftritt, Niederlage zu hoch ausgefallen. Fragwürdige Auswechslungen. Also Niederlage zu hoch ausgefallen, hätte ich es nicht gesagt, weil die zweite Halbzeit war eigentlich, da kam nichts mehr von uns. Also insofern finde ich das 3 zu 0 auch in Ordnung. Definitiv, ja. Und bei den Auswechslungen, das war halt auch so eine Sache, du nimmst halt zu, weil er 72 Minuten rausführe, Aogo. Warum? Warum? Ich meine, da stand es noch 2 zu 0. Ich verstehe nicht, warum man dann nur Spieler reinbringt, der halt Bälle im Mittelfeld verteilen kann, aber nichts mehr für die Offensive tut. Ich meine, Super war auch fast unsichtbar in dem Spiel, aber warum man dann nicht noch irgendwie Akolo, ich weiß nicht mehr, wer alles auf der Bank saß, aber irgendeinen Offensiven hätte es schon noch gehabt. Tommy. Tommy wäre auch eine Möglichkeit gewesen, ja. Ja, genau. Warum dann Aogo kam, hat sich nicht erschlossen. Dir? Interessant war eigentlich die Aussage von Weinzierl da dazu. Ich weiß nicht, in welchem Medium er das preisgegeben hat, aber er hat ja dann gemeint, er wollte ihm irgendwie noch Spielzeit geben, weil er ihn ja dann quasi schon für das nächste Spiel eingeplant hatte. So nach dem Motto, ja, jetzt ist eh alles verloren, jetzt kannst du auch noch ein paar Minuten spielen. Nee, also. Aber was ist das denn bitte für eine Variante für den Spieler, zu sagen von wegen, aha, komm, hier steht sowieso 2 zu 0, der Käse ist durch, du brauchst sowieso noch ein bisschen Spielzeit, reißen kannst du eh nichts mehr, komm, geh halt mal aufs Feld. Ja, es ist eine komische Aussage. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, was er sich dabei gedacht hat, weil Aogo ist ja jetzt sicherlich nicht in der Liga als das Offensivmonster bekannt und man hätte auf der Bank sicherlich noch die ein oder andere Möglichkeit gehabt, mit Akolo oder eben Tommy nochmal ein bisschen Geschwindigkeit und Offensivpower in Anführungsstrichen einzuwechseln. Ja, also ich habe es nicht verstanden und die andere Einwechslung, auf die wir noch gucken sollten, ist Gomez, der in der 79. Minute für Gonzalez kam. Ich fand halt, also ich habe bei Gonzalez ein bisschen das Problem, dass der halt einfach so schmächtig ist. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass auch wenn Gomez jetzt in den anderen Spielen auch nicht unbedingt gezeigt hat, dass er weiß, wo das Tor steht, aber Gonzalez, der lässt sich immer noch zu leicht ablaufen, zu leicht wegdrängen. Das konnte ich nicht nachvollziehen, dass er den Gomez erst zu spät gebracht hat. Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied gemacht hätte, weil so wie die Mannschaft in der zweiten Halbzeit hinterhergelaufen ist, wäre es wahrscheinlich egal gewesen. Aber ja, ich weiß nicht, wie ihr den Gonzalez wahrgenommen habt. Ja, ähnlich wie du auch. Ich beobachte das ja auch schon länger. Sein größtes Problem ist tatsächlich sein Körper, weil er eben gegen Jungs, wie jetzt eben auch bei der Eintracht, ein Hinteregger oder, wer steht da hinten, noch Hasebe, da sieht er einfach schlecht aus. Da ist er einfach, da fehlt ihm die Körperlichkeit auch ein Stück weit. Und das hat man auch schon bei anderen Spielen gesehen. Er hat, ich halte wie gesagt, ein bisschen was von ihm. Er ist auch noch jung. Das darf man auch nicht bei der ganzen Geschichte vergessen. Aber ja, diese fehlende Körperlichkeit, die bricht ihm halt immer im Spiel so ein bisschen das Genick, um es mal drastisch auszudrücken. Und man hätte vielleicht mit Gomez von Anfang an starten sollen, da man ja auch weiß, dass die Eintracht sehr körperbetont durchaus spielen kann. Nicht nur mit Technik, sondern auch mal durchaus körperbetont. Wolltest du noch was sagen gerade, René? Ich weiß gar nicht, ob dir jetzt unbedingt an der Stelle bei unserer Abwehr jetzt unbedingt ein so körperlich starker Spieler so viel bringt. Weil gerade, ja gut, ich meine, Zweikampf gegen Hinteregger, der kann halt sowohl das feine Messer als auch die grobe Axt auspacken. Aber ich finde, bei Hasebe, ohne ihn jetzt hier an dieser Stelle auch wieder so viel loben zu wollen, wobei das fast schon gar nicht geht, da brauchst du keinen körperlichen. Also der zieht dir halt quasi das Portemonnaie aus der Tasche, während er dich anguckt. Also der nimmt dir halt auch den Ball ab. Egal, wer du bist, der löst das halt momentan mit so einer spielerischen Exzellenz. Da ist es wahrscheinlich vollkommen egal, ob dir jetzt irgendwie der 2-Meter-Schrank oder das dünne Hemd da an der Stelle bist. Ja, es wäre wahrscheinlich egal gewesen. Ich glaube, das Problem ist auch größer als Gomez oder Gonzalez. Sondern es ist ein grundsätzliches in der Offensive bei uns. Der Georg Guners hat bei Facebook geschrieben, keine einzige Torchance, so kann man nichts holen. Ich habe mal geguckt, der VfB hat irgendwie einen Expected Goalswert von 0,57. Das war wahrscheinlich der Lattenkopfball von Kempf und irgendwie noch ein paar Fernschüsse, die vorbeigegangen sind. Zuber hat ja in den letzten Spielen relativ häufig getroffen, von dem habe ich gar nichts gesehen. Es ist halt wie immer viel gelaufen. Und was mich wirklich am meisten genervt hat, sind unsere Außenverteidiger, also vor allem in Suha. Halbfeldflanken noch und nöcher, aber es bringt halt nichts. Und so ist es dann halt auch egal, wer da vorne drinsteht, wenn der Rest der Offensive irgendwie nichts bringt. Dann schießt du halt gegen die Eintracht keine Tore. Das ist so schon schwer genug. Und wenn du dich halt so dumm dabei anstellst, also gerade wenn das Back-Offensiv nicht wahnsinnig viel kann, das wissen wir. Aber dass in Suha halt immer noch nur 30 Meter vorm Tor schon die Flanke auspackt und das war's, das hilft halt einfach nicht. Ja, aber Beck hat ja gegen Kostic auch kein Land gesehen. Muss man ja auch fairerweise sagen. Ja, wobei er da halt auch, ich hatte mir die Szene vorhin in der Wiederholung nochmal angeguckt, also er bleibt da halt auch einfach ungünstig stehen. Beim 1-0, ja. Ja, also er hätte halt auch, klar... Wenn er den Schritt nach vorne geht, wenn er vielleicht... Ja, wenn er halt voll im Lauf ist, aber wenn er halt einfach mal mitgegangen war, aber er bleibt halt für mich aus einem unerfindlichen Grund stehen und macht dann den Schritt zu spät dahin und dann ist halt einfach durch. Ja, also da war er einfach da vielleicht auch gedanklich gerade irgendwo anders da oder hat nur irgendwie einen Spieler aus dem Augenwinkel gesehen, man weiß es nicht. Ich glaube, der hat einfach mit dem überhaupt nicht gerechnet, dass der Kostic ihn dann auch überläuft. Ich glaube, der hat sich eher nach innen orientiert. Ich weiß nicht, wer der Anders-Stürmer war, der daneben stand. Und ich glaube, der hat sich zu dem orientiert und dann kommt plötzlich Kostic von hinten angerauscht. Aber ich erwarte halt auch von einem Andreas Beck, der so viel Erfahrung hat, dass er sich da besser verhält in so einer Situation. Ich wollte sagen, das ist jetzt nicht so sein zweites Spiel. Den kennt man ja, der ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre da auf dem Feld unterwegs. Der müsste eigentlich wissen, wo die Spieler um ihn rum sind. Und dass Kostic laufstark ist, das weiß man jetzt ja auch. Blöd ist halt auch dann gerade noch, also zu eurer Frage, für ihn hätte man den halten können oder nicht, ich bin der Meinung, er wäre haltbar gewesen. Zieler macht halt aus welchem Grund auch diesen Klicks da nach unten und macht halt damit den Raum nach oben frei. Wenn er halt nicht runtergeht, hat er die Hände da oben, wo der Ball hingeht. Ja, ich hatte auch noch überlegt, also ich habe es im Stadion nur gesehen und habe es dann mir nochmal in der Zusammenfassung angeschaut. Er macht halt irgendwie die Augen zu und lässt den Ball durch die, also er hat ja die Hände ungefähr auf Ballhöhe, aber er lässt halt, also da ist halt die Distanz, glaube ich, einfach zu kurz, um den dann noch abzuwehren. Es sei denn, du faustest ihn halt wirklich irgendwie weg. Aber es war irgendwie, irgendwie waren alle überrascht davon, dass der Kostic da noch um die Ecke kommt und das Ding da reinknallt. Ich glaube, er hat an der Stelle halt auch eher damit gerechnet, ja, dass Kostic flach schießt und geht deswegen so ein Stück weit in die Hocke, um unten halt quasi den Raum zuzumachen, dass natürlich Kostic das Ding aus irgendwie eine Meter Entfernung mit so einer Wucht da halt einfach nach oben in den Winkel hämmert. Damit hast du wahrscheinlich einfach nicht gerechnet. Ja. Ja. Ich meine, der geht in zwei von drei Fällen, geht der wahrscheinlich auch mit viel Wucht drüber. Ja. Ja, nur bei uns läuft es momentan so, dass der natürlich reingeht. Dass der reingeht, ja. Gott sei Dank. Ja, und das ist halt so ärgerlich, weil die allererste Halbzeit eigentlich gut war. Ich meine, klar, du fährst momentan nach Frankfurt und denkst so, na, schauen, ob wir wenigstens einen Punkt holen hier. Und dann kriegst du so ein Ding. Aber das war für mich halt immer noch kein Grund für den Auftritt in der zweiten Halbzeit. Christian Gentner musste ja verletzt runter nach 34 Minuten. Hattet ihr das Gefühl, dass das irgendwie eine Auswirkung groß auf das Spiel des VfB hatte? Ja, bis dato hat er eigentlich ein ordentliches Spiel gemacht, fand ich. Also, was man von ihm gesehen hat. Ob es jetzt der Knackpunkt war im Spiel, wurde ja dann auch in einigen Gazetten geschrieben. Finde ich jetzt nicht. Der Knackpunkt war einfach dieses 1-0 kurz vor der Pause, wo dann auch die Körpersprache plötzlich weg war und wo du einfach gemerkt hast, okay, das wird heute hier nichts. Aber, ja, vielleicht war es ein kleiner, kleiner Faktor. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es der Schlüsselmoment war. Der Schlüsselmoment war für mich persönlich das 1-0 vom Kostetsch. Ja, weil es halt einfach auch der viel größere Tiefschlag ist. Du kämpfst dich 46,5 Minuten dadurch. Ja, du verhinderst Torchancen. Du hast selbst welche. Du merkst, dass der Gegner also langsam auch so ein bisschen am Knirschen ist mit den Zähnen. Ja, du kannst ja alles an Motivation mitnehmen, wenn du halt einfach die 30 Sekunden noch mitnimmst und dann kriegst du da halt einfach dann so einen Nackenschlag da rein. Also das, wenn du nicht sowieso schon am Boden liegst, haut dich das halt ganz gewaltig weg. Ja, das ist für eine Mannschaft, wie wir halt gerade sind, die einfach auch instabil ist, im Kollektiv auch. Das ist halt das Todesurteil gegen so eine starke Mannschaft wie Frankfurt. Das ist, ja. Ja, dass die Eintracht stark ist, das werden wir wahrscheinlich heute noch ein paar Mal sagen. Ja. Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob überhaupt für den VfB was drin gewesen wäre, wenn dieses Tor nicht gefallen wäre. Ich weiß nicht, ob wir das auch noch die zweite Halbzeit so durchgehalten hätten. Also ich weiß nicht, wie seht ihr das? Hätte der VfB ohne dieses Gegentor noch einen Punkt mitnehmen können? Ist natürlich hypothetisch jetzt ein bisschen, aber... Schwer zu sagen. Da wäre es, glaube ich, echt drauf angekommen, wie hätte Markus Weinzierl die Mannschaft in der Kabine dann fit gemacht? Also was wäre dann die taktische Auslegung gewesen? Verteidigst du 45 Minuten in Frankfurt, stehst mit zehn Mann um den Strafraum rum und hoffst einfach, dass sie sich weiter die Zähne ausbeißen und probierst es über Konter, wobei wir ja jetzt auch nicht gerade so im Konterspiel die Besten sind. Also wäre vielleicht Gommis dann schon zur Pause gekommen? Ich weiß es nicht. Also das ist wirklich sehr, sehr schwer zu sagen. Aber aufgrund der momentanen Verfassung und nachdem man jetzt auch gesehen hat, was sie gegen Nürnberg gerissen haben, wozu wir ja nachher noch kommen, glaube ich ehrlich gesagt auch nicht dran, dass wir da noch was geholt hätten. René, hattest du irgendwann mal das Gefühl, dass die Eintracht da in Rückstand geraten könnte in dem Spiel? Nee, also ganz ehrlich nicht. Nee, dafür war der VfB einfach an der Stelle zu ungefährlich und ich glaube auch, das wäre in der zweiten Halbzeit, also es hätte länger gedauert und man hätte vielleicht irgendwie mit ein bisschen mehr erhobenem Kopf am Ende da irgendwie rausgehen können. Aber auf der anderen Seite mal, was willst du denn machen? Verteidigen mit zehn Mann da hinten drinstehen, dann kassierst du irgendwie 25 Schüsse aufs Tor. Da kannst du immer mal Pech haben, dass einer dann irgendwie blöd hinten reinfällt. konternd, dann hast du, wie ihr schon sagt, das Problem mit der Rückwärtsbewegung, wo dann vielleicht auch die Spieler alle nicht so schnell sind, weil sie irgendwie die Spiele von davor in den Knochen und im Kopf haben und Umschaltspiel ist das, was die Eintracht halt einfach gerade extrem mag mit einem Jovic, mit einem Rehwitsch, mit einem Kostic, die schnell sind, mit einem Haller, der die Bälle festmacht. Also das willst du eigentlich als Gegner wahrscheinlich momentan auch nicht. Also ich glaube nicht, dass da wirklich am Ende was drin gewesen wäre, aber du hättest vielleicht nicht mit einem 3-0 am Ende da gestanden als gegen, beim Gegner, sondern eher mit einem 1-0 oder irgendwas. Aber so wird die Mannschaft dann an sich auch da hinten raus dann so ein bisschen zusammengefallen. Das war es glaube ich mit dem 3-0 schon, also zu hoch würde ich nicht sagen. Wenn wir da richtig aufdrehen, dann geht da mehr und ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, dass wir in der zweiten Hälfte auch so ein bisschen mit angezogener Handbremse gespielt haben. Ja, also es war auf jeden Fall wenigstens kein 4-0 wie in der Hinrunde. Ja, aber ich denke, ergebnistechnisch passt das leider so. Es sieht weiter trübe für uns aus. Nochmal ein kurzes Thema abseits des Platzes. Der Gästeblock war ja glaube ich bis zur 30. Minute zumindest unten relativ leer, weil die unsere Ultragruppen im Schau gesteckt haben. So wie ich das mitbekommen habe in einer doch relativ geplanten Vollsperrung der A6. Was mich da, Janik, warst du auch im Stadion? Ich war auch im Stadion, ja. Was mich da furchtbar genervt hat, ist, ich meine gut, dass dann sich keiner unten auf den Zaun stellt, weil das dann irgendwie wieder internen Stress gibt. Das ist irgendwie nachvollziehbar. Dann wird wieder dieses ewige Ja der VfB angestimmt, was irgendwie jeder hinkriegt, egal wie viel Pilz er schon draußen verköstigt hat. Aber das Problem ist, wenn da mal irgendwas angestimmt wird, was natürlich, so wie das heutzutage läuft, in Kurven relativ unkoordiniert ist, wenn da keiner vorne auf dem Zaun hockt, dann hat aber die Hälfte das Maul nicht aufbekommen. Und klar sind da ein paar Leute dabei, die sagen, nee, aus Respekt, weil die im Stau stehen, singe ich jetzt nicht oder stimme hier nichts an. Aber größtenteils hatte ich eigentlich das Gefühl, vor allem, dass das so ein bisschen, ja, wie wenn da kein Vorsänger ist, dann brauche ich ja auch nicht den Mund aufmachen, so ein bisschen, ich lasse mich hier nur animieren. Zumindest hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Also das war schon sehr trübe. Ich weiß nicht, René, warst du auch im Stadion oder hast du es dir im Fernsehen angeschaut? Ich habe es am Fernseher gesehen, aber man konnte schon durchaus merken, dass da in den ersten 30 Minuten das ein bisschen sehr ruhig war auf der Seite. Gab es das bei euch auch mal so, dass die Ultras, also ich meine, es gibt ja immer, wenn dann irgendwie ein Polizeieinsatz oder sowas ist und dann Ultras aus Protest nicht in den Block kommen, ist ja das eine, wo sich dann auch wieder solidarisiert. Ja, also ich meine, man kennt das auch von anderen Spielen schon, dass die Ultras zu spät kommen, weil die Polizei meinte, den Zug irgendwo an irgendeinem Dorfbahnhof anhalten zu müssen, um da irgendwelche Kontrollen durchzuführen. Das kennen wir ja auch alles. Da hat man ja sowieso tendenziell als Fußballfan und ich glaube auch als Eintracht-Fan auch noch so ein bisschen mehr das Gefühl, dass man da eher so ein bisschen im Fadenkreuz der Ermittlungen manchmal irgendwie steht. Also von daher, das kennt man auch. Ja, ich wollte gerade sagen, da gab es ein bisschen. Ja, also das ist dann halt auch immer, wenn du sagst, das war so ein mehr oder weniger geplanter Stau, wo ich dann sage, okay, das ist dann halt auch so ein bisschen Lösbatteligkeit, ja. Also dass man mal, man kann jetzt nichts dafür, wenn die Polizei den Zug anhält, um sich zu kontrollieren, aber wenn du weißt, dass da irgendwie eine Sperrung auf der Autobahn ist, das sollte man auch irgendwie im Vorfeld dann hinkriegen. Zumals der Verein auch kommuniziert hat über die Fan-Info. Okay, ja, dann ist, ja. Also mich hat es auf jeden Fall ein bisschen genervt. Dann ist es ein bisschen schuldig. Ja, das glaubt. Weil es war dann, sobald die dann wieder oben auf dem Zaun standen, war dann plötzlich wieder volle Lautstärke da und auch die üblichen, die übliche Abwandlung des Pippi-Langstrumpf-Leads und so. Aber vorher war halt da relativ wenig los. Ja, ich würde sagen, zur Saison der Eintracht und generell, wie es bei der Eintracht läuft, kommen wir später noch in so einem Segment, wenn es darum geht, was sich beim VfB und der Eintracht seit 2016 getan hat. Ich würde sagen, wir blicken jetzt nochmal auf unser zweites Spiel. Reni, du hast es, glaube ich, in der Sammfassung gesehen, hast du gesagt, ne? Ja, also ich hoffe, mal, dass ihr mir das nicht verübelt, aber da war parallel ein anderes Spiel. Was mich jetzt irgendwie aus unerfindlichen Gründen irgendwie mehr gereizt hat, mir das dann tatsächlich dann irgendwie live anzugucken. Und ich bin dann auch kein Mensch, der nebenbei irgendwie Konferenz oder ein zweites Spiel laufen hat. Das kann ich irgendwie nicht. Von daher, ich habe es mir in der Zusammenfassung angeschaut und den einen oder anderen Spielbericht gelesen und so richtig gut klingt das halt alles irgendwie nicht. Also weder in der Zusammenfassung noch in diesem Spieltagsbericht. Also man kann einem da schon irgendwie leidtun. Und ich hörte ja auch und ich habe auch gelesen und in der Zusammenfassung gesehen, dass ihr ja auch so ein bisschen Leidgeplagte des Kölner Videokenners geworden seid. Ja, ja, ja. Ja, da war was. Stimmt. Ja, es war in der Tat wenig erfreulich. Also nochmal kurz zur Aufstellung. Beim 1 zu 1 im Heimspiel gegen Nürnberg. Gentner und Castro waren verletzt. Gentner wurde ja schon ausgewechselt in Frankfurt. Castro hatte sich da dann, glaube ich, durchgespielt, war aber dann auch verletzt. Fallen beide drei bis vier Wochen aus. Wobei ich glaube, heute irgendwas nur eine Überschrift gelesen hat bei Castro. Besteht wieder leise Hoffnung, dass der nochmal spielen kann. Ich habe es aber nicht ganz gelesen. Asuka Sibar war nach seiner Gelbsperre wieder dabei. Zuber und Eswein haben diesmal die Seiten getauscht. Und Markus Weinziel hat dann selber hinterher gesagt, er habe offensiver aufgestellt, dass er so aus, dass Donis vorne hinter Gommes gestürmt hat und dann Zuber und Eswein sozusagen als Achter vor Santi Asuka Sibar. Ja, vom Spielverlauf her relativ zähes Spiel. Eigentlich ähnlich wie gegen Frankfurt. Der VfB irgendwie wieder mit ein paar Chancen, irgendwie Kopfball. Und dann schlägt halt Nürnberg zu, auch in der 42. Minute, also auch wieder kurz vor der Pause. Ich glaube, es war nach einer Ecke. Kopfball geht an die Latte und Pereira köpft dann den Abpraller aus drei Metern über die Linie. Insua steht hinter ihm, merkt dann zu spät, also ähnliche Reaktionszeit wie Beck, dass da noch ein Gegenspieler ist, versucht ihn dann noch irgendwie am Kopfball zu erinnern, aber es war halt zu spät. Dann hat Ozan Kabak, einer unserer besten Stürmer in dieser Saison, das ist glaube ich nach Gomes und Zuber die meisten Tore und das, obwohl er erst zur Winterpause gekommen ist, gleicht er nach einer Vorlage von Donis und nachdem der VAR der Videoassistent-Referee zweieinhalb Minuten lang die Linie kalibriert hat, gleicht er dann aus und dabei blieb es dann auch und ja, wenn man sich die Kommentare bei Facebook und bei Twitter anguckt zu diesem Spiel, dann ist die Stimmung relativ eindeutig, der René Herzkan schon so ein bisschen angestürtten. Ja, der Marcel Güttler schreibt, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, der Trainer hat für mich den Anschein keine Ahnung, also Trainer hat für mich den Anschein keine Ahnung, wie er die Mannschaft auf- und einstellen soll, ich glaube, das wird auch in Emotionen direkt nach dem Spiel geschrieben. Dazu noch Spieler wie Beck Gomez und die Davi, die einfach fertig sind, González weiß ich nicht, ob es für Bundesliga reicht, S2 ist vereifrig und kämpft, aber fußballerisch dermaßen limitiert, dass er uns halt auch nicht weiterbringt, Ziele heute überragend, aber in der Saison zu unkonstant, das hatten wir ja gerade schon im Frankfurt-Spiel, einzig die drei Innenverteidiger, einzig die drei, hinten die drei Innenverteidiger machen den Anschein, dass sie für mehr in Frage kommen, was dieser Kabak zur Zeit leistet, einfach nur richtig gut und das in so einem verunsicherten Verein. Leider hat der Hitzelsberger dem Weinstil ja bis Ende der Saison eine Beschäftigungsgarantie gegeben. Der Matze, Ed Matze Glaser schreibt, Ozan Kabak besser als alle anderen. Ed Texman 1893 zum Ergebnis zwei Punkte zu wenig, wobei man noch froh sein muss, am Ende nicht noch das 1 zu 2 zu kassieren zum Auftritt. Kämpferisch absolut okay, aber das Offensivspiel wird diese Saison wohl nichts mehr. Ja, kämpferisch, das sagen wir irgendwie schon die ganze Rückrunde, dass wir kämpferisch eigentlich ganz okay sind, aber es reicht halt einfach auch in so einem Spiel offensiv nicht und ich meine, dass es gegen die Eintracht offensiv nicht reicht, ist das eine, aber gegen Nürnberg musst du mehr als ein Tor schießen beziehungsweise musst du auf jeden Fall gewinnen. Also ich weiß nicht, wie bewertest du dieses Spiel? Du hast es ja wahrscheinlich komplett gesehen, Yannick. Ja, ich habe ja die Ehre, eine Dauerkarte zu besitzen, das heißt, ich habe es mir in voller Länge mal wieder und in HD++ reingezogen. Ja, ich bin immer noch sprachlos, ganz ehrlich. Ich habe mich heute auch schon den ganzen Tag darauf vorbereitet, was ich zu diesem Spiel sagen soll, aber es ist, es fällt mir nichts ein. Ich bin immer noch so dermaßen enttäuscht von der Mannschaft, wie man in so einem, was ja auch als Schlüsselspiel ausgerufen wurde, wie man so pomadig und so ohne Wille das Ding oder das Tor zu machen in das Spiel reingehen kann. Das Stadion war ausverkauft. Wirklich, es war tolle Atmosphäre, die Fans haben wieder eine schöne Choreo gemacht oder wir Fans haben eine schöne Choreo gemacht und am Ende vom Tag zeigst du dann so eine Partie. Also das ist wirklich, ja, es ist einfach, es geht einfach nicht. So, so, so darfst du nicht auftreten zu Hause gegen Nürnberg, gegen eine Mannschaft wirklich bei allem Respekt vor den Nürnbergern, die wirklich qualitativ in meinen Augen gerade mal Zweitliganiveau hat. So darfst du nicht auftreten und am Ende vom Tag musst du ja noch froh sein, dass du einen Punkt geholt hast, weil Nürnberg, wenn sie cleverer gewesen wären und auch davor noch zwei, drei Kontermöglichkeiten besser ausspielen, dann kassierst du das zweite Tor und dann glaube ich auch nicht, dass wir an dem Tag zurückgekommen wären und das, ja, da habe ich doch einiges gesagt, aber es ist, ja, ich bin, mehr kann ich dazu nicht sagen, so, es war wirklich, ja, fast schon eine Schande, wie die Mannschaft aufgetreten ist. Sorry für meine derbe Wortwahl, aber es hängt mir immer noch nach, es hängt mir immer noch nach. René, was war dein Eindruck von der Zusammenfassung, die du gesehen hast? Ja, also, wie Yannick schon gesagt hat, Nürnberg ist halt echt eigentlich keine Bundesliga-Mannschaft, das siehst du ihnen halt einfach auch an. Ja, das haben wir ja in den Spielen gegen uns auch schon gesehen, dass das eigentlich nicht für die erste Liga reicht, aber irgendwie kriegen die es halt zumindest vom Kampfeswillen, vom Einsatzwillen halt her, da wird halt auch gerannt, ja, und da schmeißt man sich halt auch irgendwie in jeden Ball und so, so ein bisschen hatte ich das Gefühl, dass die einzigen, die halt da irgendwie in der Tat irgendwie unterwegs sind, ist ein Kabak, ein Esswein, der irgendwie viel versucht, ein Zieler, der ja gegen Frankfurt schon hinten auf der Linie, ich erinnere mich an dieses eine Ding da von Jovic und Hinteregger, wo er quasi am Boden liegend nochmal da den Arm gut bekommt, so Aktionen hatte er ja zumindest, was ich aus der Zusammenfassung und aus dem, was man sehen konnte, gegen Nürnberg auch gehabt, aber, und da schließe ich mich der derben Wortworte ein bisschen an, der ist halt auch der Arsch am Ende, wenn er halt einfach hinten versucht rauszukratzen, was geht, aber seine Vorderleute halt auch nicht irgendwie schaffen, da mal die Dinger irgendwie vom Kasten fernzuhalten. Also, schwierig. Mhm. Ja. Und ein Gommes, der ist dann im Liegen noch irgendwie versucht, da diesen Ball über die Linie zu schieben, aber irgendwie aus einer, irgendwie so einer, so einer Eisprinzessinnen-Figur nichts auf die Kette kriegt. Das ist so dieses, das ist so die, die Umsetzung dieses, dieses Gifts mit Patrick Stewart, wo er so den Kopf in die Hände legt. Also wirklich so dieses Facepalm. Also wie man, es erinnert so ein bisschen daran, ja. Ja, also, ja. Ja, ich habe auch eigentlich, also ich hatte, ich hatte gestern schon keinen Bock für einen Spielbericht dazu zu schreiben, ich habe einfach gar keinen Bock über das Spiel zu reden, aber muss ja, wir haben nämlich auch relativ viele Kommentare dazu bekommen. Ja. Ja, wir hatten ja schon mal so ein Spiel in dieser Saison, was ein ziemlicher Offenbarungseid war, was dann natürlich auch auf den Trainer zurückfiel, das war das 0 zu 3 in Düsseldorf. Auch ein direkter Konkurrent damals noch, jetzt nicht mehr. Jetzt, ja, Düsseldorf hat sich da so ein bisschen rausgearbeitet. Ja, ich glaube, die können, die können nächsten Spieltag den Klassenhalt sogar klar machen. Ich meine, ja. Ja, und das war natürlich auch diesmal wieder Thema. Michael Koch schreibt auf Facebook, Trainerwechsel, so leid es mir tut, wegen Weinziel, aber es muss alles versucht werden, nicht abzusteigen. Die Bilanz und die Art und die Art und wie die Mannschaft spielt, geht so einfach nicht. An Delko Lucic schreibt bei Facebook, Weinziel raus sofort. Markus Strauch, wann trennt sich der VfB endlich von Weinziel? Georg Gunne schreibt Trainer raus und der Edbraintrain21 bei Twitter schreibt, Thomas Hitz macht den Dutt und hält an Weinziel fest. Also, wie damals Dutt, der ja an Kramni festgehalten hat, 2016, als wir abgestiegen sind. Obwohl fast alles, was man auf dem Platz sieht, dagegen spricht. Heute taktisch, klar unterlegen, wenn das schief geht, muss auch Hitz leider gehen, ist jetzt auch seine Verantwortung, nicht zu reagieren. Ähm, ja, vielleicht zunächst mal der Blick von außen, auch wenn du jetzt das Spiel nicht ausführlich gesehen hast, du bekommst ja wahrscheinlich doch ein bisschen mit, René, was bei uns so läuft. Hältst du es für sinnvoll, jetzt nochmal den Trainer zu wechseln? Also abgesehen davon, dass Hitzelsberger eh schon gesagt hat, er macht es nicht, er zieht das jetzt durch, war das Zitat. Hältst du es für sinnvoll? War nicht sogar irgendwie noch so der Punkt, dass das Spiel gegen Nürnberg oder jetzt das kommende Spiel auch so ein bisschen noch so die Überlegung ist, ob dann Weinziel hinten dran nochmal irgendwie so einen Folgevertrag kriegt? War das nicht auch noch so ein Diskussionspunkt oder habe ich das falsch verstanden? Der hat auf jeden Fall keinen Vertrag für die zweite Liga, das war auch glaube ich damals die Voraussetzung, ansonsten hätte er glaube ich nicht unterschrieben. Ja. Was im Nachhinein auch zumindest komisch wirkt, aber genau, der hat auf jeden Fall Vertrag bis 2020, glaube ich. Korrekt, ja. Genau, aber es ging nur darum, dass er halt keinen Vertrag für die zweite Liga hat. Okay, dann habe ich das falsch verstanden. Ja, so ein Blick von außen ist halt immer immer ein bisschen schwierig. Ich bin prinzipiell erstmal durchaus ein Freund davon, da jetzt nicht zu früh irgendwie die Flinte ins Korn zu werfen, weil das ist auch gerade jetzt, finde ich immer so, fünf, sechs Spieltage vor Schluss ist das halt auch so eine absolute Offenbarung für die Führungsregel, so nach dem Motto, ey, wir haben eigentlich überhaupt keine Ahnung, was wir tun und die letzte Lösung ist jetzt immer irgendwie Trainer rausschmeißen. Aber ich halte halt auch Weinziel eigentlich jetzt nicht für den besten Trainer und der ist für mich jetzt auch kein Trainer, den du in so einer Abstiegssituation eigentlich irgendwie brauchen kannst. Da brauchst du halt wirklich eigentlich einen, der so eine Mannschaft irgendwie anzündet, der mit zwei Fackeln und einem Kalister Benzin in die Kabine läuft und die Leute da richtig heiß macht. Das ist für mich in Weinziel irgendwie nicht. Von daher ist das für mich eine schwierige Situation. Aber ich glaube, ganz ehrlich, ein Trainerwechsel an der Stelle wird jetzt nicht so viel bringen, weil was ist denn die Alternative? Wen willst du denn alternativ da hinstellen? Ja, das heißt es halt auch. Andi Hinkel ist das gerade Trainer von der U21 geworden, also diese interne Lösung ist halt bei uns auch irgendwie schwierig. Der A-Jugend-Trainer ist momentan, steht mit der Mannschaft, mit der A-Jugend im Pokalfinale und die Tabellenführer machen mir auch nicht so wahnsinnig Sinn, den für sechs Spiele runterzuholen. Ja, das wäre jetzt ein selten dämlicher Move und würde ja noch weniger oder noch mehr Unfähigkeit der ganzen Vereinsführung zeigen, wenn du dann jemanden hast, der gerade irgendwie mit seiner Mannschaft dabei ist, für den Verein an sich nochmal irgendwie was Darstellungsfähiges zu holen und dann ziehst du den da weg und holst ihn für die erste Bundesliga-Mannschaft. Also das kann es ja dann auch irgendwie nicht sein. Also wenn, dann brauchst du es an der Stelle halt jetzt wirklich einen, der die Leute da irgendwie motiviert, weil an der Stelle geht es halt jetzt nicht mehr um Können, sondern da geht es jetzt nur noch um Wollen. Da wäre es halt dann echt irgendwie schwierig. Übst du selbst trainiert Schalke und macht ja auch nicht so den überzeugenden Job. Ja, Yannick, wie siehst du es mit Weinzierl, aber auch mit Hitzelsberger, weil der Prangerin ja auch das angesprochen hat, er zieht es quasi durch wie Dutt damals, müsste Hitzelsberger auch die Säge streichen, wenn es schief geht? Ja, ich glaube, man kann die Situation von damals, wo ja wirklich Spielunruhe auch im Verein war, auch viele Trainerwechsel in dieser Saison, kann man schon durchaus auf die jetzige projizieren. Aber ich würde die handelnden Personen nicht miteinander vergleichen. Ein Hitzelsberger ist für mich eine Investition in die Zukunft. Das heißt, ihm würde ich auch zutrauen, in der zweiten Liga die Mannschaft wieder aufzubauen, wenn es denn zu diesem Worst-Case-Szenario kommt. Weinzierl halte ich auch für einen fähigen Trainer. Das habe ich auch in den letzten Podcast-Folgen immer wieder betont. Ich traue ihm das zu. Seine Körpersprache stimmt, im Gegensatz zu einem Kramny, der damals auch öfters mal sehr versteinert gewirkt hat und auch mal gern abgetaucht ist nach Spielen. Aber wir wollen jetzt nicht in die Vergangenheit gucken. Wie ihr es gerade auch gesagt habt, wer soll es denn dann machen, wenn wir jetzt Weinzierl rausschmeißen? Also ich habe jetzt gerade den aktuellen Trainermarkt nicht vor Augen, aber da sind dann so Namen wie Slomka und Gisdol auf dem Markt. Doll ist zum Glück schon weg. Doll ist ja bekanntermaßen schon weg. Seid froh. Wollen wir dann einen von den Jungs nehmen? Ich weiß es nicht, weil, wie Lennart auch schon gesagt hat, die internen Lösungen sind soweit alle belegt oder irgendeinen abgehalfterten Ex-Profi, der zufälligerweise einen Trainerschein hat. Wobei ich habe ja gerade gehört, Dota Matthias hat seine Trainerkarriere, ihr hört die Anführungsstriche beendet, also auch der ist nicht verfügbar. Oh, schade. Mann, Mann, Mann. Ja gut, dann hätte er ja schon proaktiv irgendwie vor zwei Wochen zur Bild-Zeitung gesagt, dass er als Trainer nicht zur Verfügung steht. Das Spiel kennen wir ja auch schon. Nee, aber das würde in meinen Augen nichts bringen. Also, weil du hast jetzt noch sechs Spiele, sieben Spiele plus die Relegation. Zwei. Ja, was willst du da jetzt noch mit einem neuen Trainer anfangen? Klar, ein Motivator à la Huub Stevens vielleicht. Ja, okay, aber der ist ja bekanntermaßen gerade bei seiner alten Liebe im gleichen Schlamassel. Nicht ganz so schlimm wie wir, aber ähnlich. Deswegen. Ja, also ich sehe es momentan auch nicht. Ich sehe nicht, dass es einen großen Unterschied macht. Was nicht heißt, dass, wie der Renier es auch schon gesagt hat, was nicht heißt, dass Markus Weinzierl ein besonders guter Trainer ist. Die Bilanz alleine, ich glaube, er hat einen Punktschnitt von 0,75. Und man darf ja nicht vergessen, er ist ja schon seit Oktober im Amt. Also es ist nicht so, dass er jetzt irgendwie gerade erst gekommen ist. Aber ich sehe auch irgendwie nicht, dass es den großen Unterschied macht. Und ich wüsste auch nicht, wer jetzt kommen sollte. Und ich, also für mich läuft das höchstens auf Relegation raus. Kommen wir gleich auch noch zu. Hoffentlich läuft es auf Relegation raus. Ja, noch ein paar Stimmen aus dem Netz. Oh Gott, jetzt höre ich mich schon an, wie so eine Zeitung. Stimmen aus. Das sagt das Netz zum Spiel gegen Nürnberg. Jürgen Natter sagt, wir sind einfach nicht bundesliga-tauglich gekommen. Es hatte nur eine Chance, aber andere Flanken waren einfach nur erbärmlich. Das war auch in diesem Spiel leider so. Immerhin kam dann mal Borna Sosa rein. Der hat mir eigentlich ganz gut gefallen, die zwei, drei Flanken, die er geschlagen hat. Die kamen nämlich anders als die von Insua, kamen die relativ scharf rein. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Bruno Zettel schreibt, wir haben mit dieser Mannschaft nichts in der ersten Liga zu suchen, nicht mal Zweitliga-tauglich. Naja. Kein Trend in der Welt schafft es aus dem Haufen in der Mannschaft zusammenzustellen. Reschke hat ganze Arbeit gemacht. Frank Kosarek schreibt grausam. Daniel Abu schreibt schrei, ein Dreihausrufezeichen. LVF Berlin 1893 schreibt ganz objektiv gesehen Scheiße. Tine 1893 mega schlecht. Da frage ich mich eigentlich, was die beruflich machen. Also die Stimmung ist ziemlich unten momentan bei uns. Man hört es. Sehr emotional alles. Ja, der H-Ray Bucanero 74, den wir letzte Folge zu Gast hatten, schreibt, eine verstrittene Ziel-Jugend hätte sicher ein besseres Spiel gemacht. Stefan Wallitschke, so ist das, wenn man 16. ist. Ja, und es geht halt auch so ein bisschen in die Richtung, dieses Spiel gegen Nürnberg, gegen direkten Konkurrenten, die vorm Spiel und jetzt immer noch zum Glück vier Punkte hinter uns sind. Die Tine 1893 schreibt, man hätte 24 Punkte auf dem Konto haben können, die Nürnberger nach unten stoßen und so wenigstens die Relegation sichern können. Und dann schreibt sie Mann, aber wir dürfen nie vergessen, wer uns das eingebrückt hat, Dietrich raus. Und der F1893 schreibt, bei Stuttgart ist inzwischen so viel kaputt, dass auch im Falle eines Verbleibs in Liga 1 man sich die Frage stellen muss, ob man die Neustadt auf Bundesliga-Niveau schaffen kann. Wir haben heute mit einem 160 Millionen Kader ein knappes 1 zu 1 gegen einen 50 Millionen Kader geholt. Ja, also die Sache ist halt auch bei Nürnberg, die hatten ja quasi vor der Saison schon mit dem Abstieg gerechnet, weil die einfach auch nicht so viel Geld zur Verfügung haben. Man guckt sich an, was wir investiert haben, was die Leute bei uns verdienen. Ist natürlich immer so ein bisschen populistisch, aber nichtsdestotrotz, wenn du drinbleiben willst und wenn du die Relegation vermeiden willst, musst du so ein Spiel einfach gewinnen. Punkt aus Ende. Und da habe ich irgendwann auch keinen Bock mehr auf irgendwelche... Was hat der Beck gestern Abend bei Sport im Dritten gesagt? Ja, wir wollten das Spiel nicht verlieren und das haben wir geschafft. Das haben wir geschafft, genau. Ein Teilerfolg. Sorry, weißt du? Ich hätte fast meinen Fernseher aus dem Fenster geworfen. Nein, ja. Kann ich verstehen, ja. Das langt halt einfach nicht. Diese Schönrednerei, das hat den Verein dahin gebracht, wo wir jetzt sind, Punkt aus Ende. Und wenn ich dann sehe, dass ein Andi Beck, der ja wirklich ein Profi ist, ein Vollprofi, der weiß, weiß ich, wie viele hundert Spiele gemacht hat in der Bundesliga, sich so hinstellt und wirklich das so versucht, da irgendwie schön zu reden und... Ja, das geht nicht. Und dann sagen, ja, wir haben ja einen Punkt gut gemacht auf Augsburg und auf Nürnberg. Ja, das ist doch Schwachsinn. Und, ja, das geht einfach nicht. Und das schadet eigentlich der Außendarstellung des Vereins immer mehr, weil die Leute ja denken, bei uns, der Feindschau ist uns zu Kopf gestiegen oder was auch immer. Ja, nee. Das ist unglaublich. Über eine Szene sollten wir noch reden. Das Tor von Kabak. Ich habe es im Stadion natürlich nicht gesehen, ob es abseits war oder nicht. Aber mir war schon klar, als der Schiedsrichter dann noch nicht zum Mittelkreis lief, da habe ich schon gesehen, ah, da geht der Finger zum Ohr, da wusste ich schon, was Sache ist. Ich glaube, der Vertikalpass hat es ausgerechnet. Es waren irgendwie knapp zweieinhalb Minuten, die das gedauert hat. Und zwar nicht, um irgendwie ein Handspiel, bei einem Handspiel irgendwie die Gedanken des Spielers zu lesen oder sonst irgendwie einen Grund zu finden, warum das Handspiel war oder nicht. Und es war auch kein Foul, wo du sagen musst, okay, musst dir das deswegen fallen. Es war eine Abseitssituation. Und ich verstehe einfach, also zum einen verstehe ich nicht, wie das so lange dauern kann. Das war wieder klassisch, Videoschiedsrichter verbockt, weil so lange kann das nicht dauern bei Abseits. Und das andere war halt, dass die Nürnberger hinterher noch bei Twitter, ist natürlich auch ein bisschen Frust dabei, dass mir ganz viele gesagt haben, ja, das war doch ganz klar, war das doch Abseits. Und dann hat der Sky zuerst das Gerücht verbreitet, dass die kalibrierte Linie ausgefallen sei. Die DFL hat dann gesagt, dass die kalibrierte Linie zur Verfügung stand. Und im Kicker stand dann noch, dass es wohl gedauert habe, bis man das Lot richtig ausgerichtet habe. Und dass irgendwie man zuerst nur die eine Kameraperspektive gehabt hätte. Ja, aber ich denke mir irgendwie, also wir müssen das Thema jetzt nicht aufrollen, das haben wir in den letzten anderthalb Jahren schon zu Genüge getan. Aber es war einfach wieder extrem frustrierend. Also im Stadion natürlich, gut, man konnte sich denken, dass es sich irgendwann um Abseits geht. Kam ja dann auch oben in der Anzeigetafel irgendwann mal verspätet. Ja, genau. Aber war wahrscheinlich am Fernseher genauso frustrierend. Beziehungsweise du hast ja nicht gesehen, aber wahrscheinlich dann in der Zusammenfassung. Ja. Na gut, in der 5-Minuten-Zusammenfassung oder in 6 oder 7, da lassen die jetzt nicht diese 2,5 Minuten, die, die da zum Testen brauchen, in Originalgeschwindigkeit da irgendwie laufen, weil da passiert ja auch irgendwie nichts nebenbei. Aber ja, also es ist halt schon irgendwie eine Zumutung. Ich meine, wie du schon sagst, wenn es jetzt irgendwie um ein strittiges Handspiel geht, wo man das irgendwie nochmal nachguckt. Ich habe das ja jetzt von unserem Spiel vom Wochenende mit dem Elfmeter da in der Nachspielzeit, da ging es ja um dieses Handspiel. Da hat der halb so lange gebraucht, um anhand von den Zähnen jetzt rauszukriegen, war das jetzt wirklich ein Handspiel oder nicht. So, und jetzt reden wir einfach nur davon, um zu gucken, stehen da zwei Spieler auf gleicher Höhe oder ist da einer weiter vorne? Oder, also ich würde eigentlich auch erwarten, dass diese kalibrierten Linien da in 10 Sekunden auf diesem Bildschirm irgendwie zu sehen sind und der dann vielleicht irgendwie die Kamera noch ein bisschen links-rechtschiebst, damit das alles irgendwie passt. Also, wenn wir behaupten, dass KI in der Lage ist, Satire von Nichtsatire zu erkennen, dann müsste eigentlich auch in der Lage sein, so ein Computer so eine kalibrierte Linie da irgendwie auf den Teppich zu malen. Ich stelle mir das so vor, dass es irgendwann so läuft wie bei FIFA früher, wenn du dich plötzlich gedacht hast, wieso das Spiel plötzlich aufhört und dann stand irgendwer im Abseits und du hast es nicht mehr mitbekommen. Da war es ja wirklich so, da musstest du nur einen Millimeter im Abseits stehen und dann hat der Computer das sofort rechnet. Ganz so funktioniert es natürlich in der Realität nicht, aber zumindestens darf es nicht so lange dauern. Dass die Zusammenfassung, die ich dann bei DAZN gesehen habe, sah für mich ganz klar aus, dass es kein Abseits war, weil halt der eine Nürnberger den Fuß noch draußen hat. Ja, gut. Es gab eine lange Diskussion. Ja, gut. Es muss aber halt auch dazu sagen, dass wenn DAZN oder wer auch immer dann da die Zusammenfassung macht, dann nehmen die natürlich schon eine Kameraeinstellung, in der das dann auch richtig zu sehen ist. Also, die haben ja dann auch mehr Zeit als jetzt in der Originalgeschwindigkeit oder in dem Originalablauf. Dann nehmen die ja jetzt nicht erst irgendwie drei komische Kameraeinstellungen, bevor sie die dann da nehmen. Aber ja, das ist gerade an der Stelle dauert es A zu lang und aus meiner Erfahrung heraus auch für die Leute, die im Stadion tatsächlich sind, ist das eine Zumutung, weil du stehst dann da zweieinhalb Minuten im Block, du weißt halt irgendwie gar nichts. Beim Fernsehen kannst du dir halt wenigstens noch ungefähr dieses ganze Geplubber da von Sky antun, was jetzt auch nicht unbedingt irgendwie die Erleuchtung schlechthin ist, aber da ist halt wenigstens nochmal irgendwie eine Wiederholung oder irgendwas. Aber im Stadion hast du ja echt einfach gar nichts und das ist zum Würden. Mir ging es auch vor allem darum, nicht um den Ablauf des Ganzen, sondern um die letztendliche Entscheidung. Also da hat man es, finde ich, auch wenn das natürlich nicht hundertprozentig genau ist, was im Fernsehen dann gezeigt wird, hat man dann doch gesehen. Und dann bin ich davon, wie lange es jetzt gedauert hat, dass es halt kein Abseits war von Donets. Auf der anderen Seite muss man aber auch dazu sagen, also was wäre uns denn als Fußballfan, was ist uns denn lieber? Die investieren da zweieinhalb Minuten und am Ende kommt aber auch die Entscheidung raus, wo wir sagen, okay, die passt auch. Oder irgendwie Hand ans Ohr, ja, war Abseits, ja, war Abseits. Schön. Und dann bist du nach 30, nach 10 Sekunden bist du durch und hast eine vollkommen falsche Entscheidung, weil sie sich keine Zeit dafür nehmen. Also wenn wir die Technik schon haben und den ganzen Kram da irgendwie mitgemacht haben seit anderthalb Jahren, dann sollen sie es halt auch wenigstens dann auch so angucken, dass sie auch zu der richtigen Entscheidung kommen und nicht irgendwie das Ding oder so als Alibi-Ding verfällt, weil das ist dann halt auch irgendwie nichts mehr wert. Nee, das ist klar. Also das ist dann eine grundsätzliche Geschichte. Klar, wenn man ihn hat, dann sollte man auch richtig machen. Ich meine, das war ja auch noch nicht die längste Unterbrechung, die es schon mal wegen Schwede-Schiedsrichter gegeben hat und uns ist ja zum Glück erspart geblieben, dass er nochmal zum Bildschirm rennt und sich das da noch fünfmal anguckt. Ja, also das ist so eine grundsätzliche Geschichte, ganz klar. Ja, wobei ich da das auch von ihm erwarten würde. Also wenn du als Schiedsrichter, glaube ich, da auch so ein bisschen aus der Schusslinie genommen werden willst, dann gehst du da hin, guckst dir das selbst auch nochmal irgendwie an und dann ist auch gut. Was mich bei diesen ganzen Situationen ja mehr immer aufregt, sind ja die Spieler, die dann irgendwie meinen, dann irgendwie gleich zu 20 auf diesen Schiedsrichter da einstürmen zu lassen, wo ich mir auch denke, jetzt lasst die Menschen erstmal die Arbeit machen, beschimpfen könnt ihr danach immer noch. Ja, das war ganz interessant, weil es gab, glaube ich, zuerst gar nicht so viele Proteste und dann stand der Willenburg, war es, glaube ich, stand da und dann standen die in so einem Halbkreis um ihn rum, fünf Nürnberger und Gomez als Kapitän, glaube ich. Also es war ganz interessant, war eigentlich eine sehr ruhige Szene. Ja, genug zum Videoschiedsrichter, da wurden schon ganze Podcast-Folgen zu aufgenommen. Das war auf jeden Fall nervig für uns. Ja, und damit war es das im Grunde auch schon zu diesem Spiel. Es sei denn, euch fällt noch was ein. Nee, alles gesagt. Ja, und dann schauen wir noch mal so ein bisschen, wie es momentan, kurz, wie es beim VfB momentan aussieht. Da haben wir auf jeden Fall auch wieder ein paar Hörerfragen bekommen. Jannik, schieß mal los, was wollten die Leute von uns wissen, was die aktuelle Situation angeht, unabhängig von den einzelnen Spielen jetzt? Unabhängig von den einzelnen Spielen, alles klar. Ich habe hier gerade kleine technische Schwierigkeiten, aber das kriegen wir hin. Ja, bei mir läuft es gerade auch wie beim VfB. Ich bin stets bemüht und möchte das Beste geben. So, dann fangen wir mal an. Mit wem fangen wir denn an? Der Brain Drain 21. Der Brain Drain 21. At Brain Drain 21. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Der erste Punkt. Suspendierung, Maffeo. Pablo Maffeo. Woran liegt es und wie soll es weitergehen? Die zweite Frage, ich lese sie mal alle mal durch. Defensivverweigerung Donis. Was tun? Und Fragezeichen. Drittens, offensiver Plan. Wie ist der außer Flanken und hohen Bällen? Viertens, Weinzierl. Warum soll er noch bleiben? Fünftens, Hitzelsberger. Welche Verantwortung hat er, wenn es mit Weinzierl schief geht? Ich glaube, 4 und 5 haben wir schon beantwortet. 4 und 5 haben wir, wollte ich gerade sagen. Da haben wir doch eigentlich schon drüber geredet. Suspendierung, Maffeo. Woran liegt es? Es gab ja diese Vorfälle, die auch in der Presse, ich weiß nicht, ob René, hast du da was mitbekommen oder sonst? Ich habe die Überschrift heute gelesen, aber leider hat mich meine Arbeit heute so eingespannt, dass ich da nicht wirklich dazu gekommen bin. Vielleicht könnt ihr es mir kurz in zwei Sätzen erklären, was da passiert ist. Ja, Maffeo ist mehrmals aufgrund Disziplinlosigkeiten aufgefallen. Zu spät zum Training gekommen. Im Trainingslager gab es dann den Höhepunkt, glaube ich. Also schon davor war es so. Und im Trainingslager gab es dann eben den Höhepunkt, als er eben dann auch nicht zum Frühstück erschienen ist oder gar nicht zum Frühstück erschienen ist. Wobei das auch bei Donis der Fall war. Wobei der eigentliche Höhepunkt war dann, wo er Ozan Kabak im ersten Training sozusagen gesagt hat, sag mal, weißt du eigentlich, worauf du dich hier eingelassen hast? Stimmt, ja, da gab es ja auch noch was, ja. Und das ist halt schon heftig. Ja, wo dann Berkay Ötchan dazwischen gegangen ist quasi, hat damals noch bei uns gespielt und dann den Ozan Kabak erstmal wieder beruhigt hat quasi. Ja. Also er ist aufgrund wiederholter Disziplinlosigkeiten aufgefallen und wurde eben trainiert jetzt offiziell auch alleine. Unser Pressesprecher Christian Herbert hat es ja heute. mitgeteilt. Okay. Du hast ja individuell trainiert ab sofort. Ja, woran es liegt, keine Ahnung. Also es hieß ja irgendwie so ein bisschen, der sei irgendwie nur von Pep Guardiola empfohlen worden, der Michael Reschke, der Mafio. Keine Ahnung, ich habe irgendwo jetzt geschrieben, es ist halt so ein bisschen wie das System Kostic. Wenn es gut läuft, dann läuft es auch bei ihm gut. Und wenn es nicht gut läuft, dann läuft es, dann hat er halt auch keinen Bock. Also ich weiß nicht, ob der René von Philipp Kostic in dieser Saison andere Eindrücke hatte. Ich habe halt die Eindrücke, die ich von ihm, vor allem vom VfB kenne und auch da beim HSV, ohne jetzt sehr auf Kostic eingehen zu wollen. Aber ich glaube, das liegt da nicht so ein bisschen bei Mafio. Der hat sich die ganze Saison anders vorgestellt, dass es besser läuft und hat jetzt, dem fehlt es erst ein bisschen an Bock. Und wie es weitergehen soll, ja, keine Ahnung. Also Wolfgang Dietrich ist ja der Ansicht, dass wir den ohne Verluste wieder verkaufen. Der Junge hat 10 Millionen gekostet. Momentan glaube ich da nicht dran. Ja, man wollte ihn ja auch schon im Winter verleihen, was ja auch nicht funktioniert hat. Man wollte ihn in seine Heimat verleihen, um ihm auch nochmal so ein bisschen eine Akklimatisierung zu geben, weil man eben auch gesagt hat, dass das vielleicht ein Grund sein könnte, warum er sich hier noch nicht so wirklich identifiziert, eingelebt hat, wie auch immer. Aber ja, so wie es Lennart sagt, das wird wahrscheinlich ein Verlust werden im Sommer auf dem Transfermarkt, wenn wir ihn losbekommen. Also was ich so gelesen habe und von euch jetzt so verstanden habe, glaube ich schon, dass ihr den irgendwie loswertet. Aber es wird auf jeden Fall kein Geschäft mit einer schwarzen Null am Ende sein. Für mich von außen betrachtet hört sich das gerade so ein bisschen an, als wenn, ja, also was dem halt fehlt, ist ein Trainer, der dem mal so richtig sagt, dass er vielleicht nicht so der Überfußballer ist. Wenn ihr schon sagt, der ist empfohlen worden von Guardiola, das kriegt so ein Spieler ja auch mit. Dann hält er sich da halt auch irgendwie für größer, als er vielleicht an der Stelle irgendwie ist. Und der ist ja auch, glaube ich, noch relativ jung, soweit ich das verstanden habe, irgendwie 21, 22. Spanische U21-Nationalspieler. Ja, also, dann bist du ja natürlich auch in der Bundesliga, ist komplett irgendwie was anderes. Du weißt, dass du irgendwie 10 Millionen gekostet hast. Ja, den hätte mal von vornherein irgendwie einer so ein bisschen ordentlich auf Linie setzen müssen. Ja. Ja, das ist ein schwieriger Fall. Ja, und es kommt halt wahrscheinlich auch so ein bisschen die Situation dazu, dass du jetzt versuchst, du hast so Machtspielchen innen drin. Du musst auf der einen Seite irgendwie der Mannschaft zeigen, so nach dem Motto, ey, wir lassen uns ja nicht alles gefallen. Auf der anderen Seite willst du jetzt auch den Spieler vielleicht nicht so total, weil vielleicht brauchst du ihn ja auch irgendwie dann wieder noch. Also, du bist halt einfach in dem Moment auch sowohl als Trainer als auch als Sportvorstand bist du halt da einfach in so einer richtig bescheuerten Zwickmühle. Ja, weil eigentlich müsstest du, um die Mannschaft gerade jetzt auch so sechs Spieltage vor Schluss wieder so ein bisschen auf Linie zu bringen, müsstest du eigentlich da jetzt mal wirklich mit einer ordentlichen Machete durchgehen und sagen, so, mein Freund, das war's. Stinkstiefel wollen wir nicht. Wir wollen Leute haben, die hier jetzt auch für den Klassenerhalt kämpfen. Da hinten hat er Maurers Loch gelassen. Auf Wiedersehen. Ich denke, das ist ja dann auch passiert, weil ich meine, wenn der VfB dazu jetzt eine offizielle Pressemitteilung rausgibt, dann ist das Kapitel beendet erst einmal. Er trainiert individuell, aber er nimmt halt schon noch irgendwie am Trainingsbetrieb irgendwie teil und du hast halt immer noch so einen, auch wenn jetzt ein bisschen weiter draußen, aber du hast halt immer noch einen, der so ein bisschen Unruhe da reinbringt. Trainingsgruppe 2, wie in Hoffenheim damals. Also er ist auf jeden Fall nicht in dem Sinne suspendiert, dass er irgendwie komplett vom Training ausgeschlossen ist, sondern er muss halt individuell trainieren. Genau. Zu Donis. Defensivverweigerung. Das war ja vor allem in Dortmund-Spielen das Problem, wo wir das Gegenteil, das Gegentor kassiert haben. Ja, ich fand ihn jetzt gegen Nürnberg auch nicht besonders gut. Hinten habe ich von ihm auch nichts gesehen. Ja, keine Ahnung. Andonis scheiden sich ja so die Geister. Er ist ein guter Kicker. Ich habe ihn jetzt auch ein bisschen in der Nationalmannschaft verfolgt. Hatte ein schönes Tor gemacht. War zwar auch nur gegen Andorra oder Moldawien, ich weiß es nicht, aber es war wirklich sehenswert. Und da ist er wirklich aufgeblüht. Hat er auch 90 Minuten durchgespielt. Er ist halt auch so ein Junge. Er hat wunderbare Anlagen, wenn halt der Charakter ein bisschen optimierter wäre. Wie ich ja vorhin gesagt habe, war er auch einer, der im Trainingslager wiederholt aufgefallen ist, aufgrund Disziplinlosigkeiten, wo er dann auch für ein Testspiel gesperrt wurde. Ja, das sind dann genau diese Störfaktoren im Kollektiv, die dann eben im Kampf um den Klassenerhalt dir vielleicht auch noch mit das Genick brechen können. Weil eben die anderen Spieler dann auch, ja, muss ich sagen. Aber er ist, ja, er ist ein Spieler, der kann einen Unterschied machen. Aber gerade würde ich mir von ihm tatsächlich auch mehr Arbeit gegen den Ball wünschen. So hat er das sicherlich auch könnte mit seiner Geschwindigkeit und mit seiner Zweikampfstärke, die er durchaus hat. Ja, ich denke, es spielt dann ein bisschen die dritte Frage rein vom Ed Brainschein. Offensiver Plan, wie ist der außer Flanken? Ja, ich sehe es ehrlich gesagt nicht. Es wird viel hin und her gespielt, auch gegen Nürnberg wieder. Ja, und dann kommt halt irgendwann eine Flanke. Aber nie von der Grundlinie, nie gefährlich irgendwie vor das Tor, sondern es ist immer irgendwas aus dem Halbfeld. Und es wird dann regelmäßig rausgefaustet, rausgeköpft. Die Ecken waren auch eine Katastrophe gegen Nürnberg. Ich habe gesagt, wir hatten zwölf oder so und eine war gruseliger als die andere. Ja, also ich glaube, daran hängt es bei Donis halt auch so ein bisschen. Denn der ist nicht vernünftig in ein vernünftiges Offensivkonzept eingebunden. Und ja, daddelt da so ein bisschen rum auf dem Flügel. Aber ja, alleine kann er es ja auch nicht richten. Und da, wenn du dann in der Defensive nichts machst. Der Frenetian hat ja noch eine sechste Frage. Und das ist eine Frage, die so ein paar andere auch noch gestellt haben. Er hat ja schon geschrieben, mir scheinen sich beim VfB viele recht sicher zu sein, dass es zumindest zur Relegation lang wird. Wie seht ihr das? Ich bin diesbezüglich nervöser. Wenn Nürnberg am Freitag zu Hause gegen Schalke gewinnt, wäre es noch ein Punkt. Und der Manu0733 schreibt bei Instagram, werden wir die Relegation spielen oder direkt drinbleiben oder sogar noch direkt abstiegen? Bleibt Weintel über die Saison hinaus Trainer? Maffeo hatten wir gerade schon. Glaubt ihr, wir packen Relegation gegen Union? Oh. Ja, also ganz viele Fragen zum Thema Relegation. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir irgendwie noch genügend Punkte zusammen kriegen. Also nur mal kurz zur Tabellensituation. Wir sind immer noch 16. logischerweise. Vier Punkte nach oben und vier Punkte nach unten. Nachdem Augsburg so eindeutig verloren hat er noch am Sonntag. Wir spielen jetzt noch gegen Leverkusen zu Hause in Augsburg gegen Gladbach. Beide Hertha zu Hause gegen Wolfsburg und dann gegen Schalke. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir uns noch irgendwie auf Platz 16 wurscht. Und zumal Nürnberg auch ein relativ fieses Restprogramm hat. Die spielen, glaube ich, jetzt gegen die Bayern und dann gegen Leverkusen. Erst nach Schalke, dann Leverkusen, dann die Bayern. Dann spielen sie in Wolfsburg. Zu Hause gegen Gladbach. Und am letzten Spieltag spielen sie gegen Freiburg. Also alles gut für Freiburg ist dann vielleicht die Saison schon durch. Aber ansonsten kann ich mir schon gut vorstellen, dass wir das dann noch irgendwie durchwurschteln. Ich glaube eines nicht, dass wir jetzt gegen Leverkusen nächste Woche so wahnsinnig viel holen. Nach den Erfahrungen der letzten Spiele. Ja, ich weiß nicht, Yannick, wie siehst du es? Ja, mein Tipp ist ja auch, dass wir in die Relegation kommen. Ich denke, wie gesagt, bei allem Respekt vor den Nürnbergern und auch den Hannoveranern, die zwei Mannschaften sind abgestiegen. Die werden jetzt auch nichts mehr holen. Ich habe mir auch das Restprogramm jetzt angeguckt. Da haben wir tatsächlich noch ein relativ angenehmes im Gegensatz zu diesen Mannschaften. Dann wird es noch ein Schlüsselspiel geben gegen Augsburg. Wobei ich auch nicht glaube, dass die Augsburger in den nächsten Spielen, auch wenn sie jetzt am Wochenende 0 zu 4 verloren haben, die werden auch noch ihre Punkte sammeln und werden sich da dann auch festsetzen. Schalke, denke ich, hat auch, auch wenn sie jetzt wieder unglücklich verloren haben am Wochenende gegen die Eintracht, wird, denke ich, dann im morgigen Eintracht-Podcast ausführlich analysiert werden. Das ist so der Plan. Das ist so der Plan, mache ich sogar noch ein bisschen Werbung für euch. Nee, aber ich denke, dass wir wirklich jetzt diesen Relegationsplatz fest zementiert haben. Und ich glaube auch, weil ich habe mir heute mal in meiner Mittagspause die Mühe gemacht, zu gucken, wie es denn in der zweiten Liga aussieht, welche Mannschaften da in Frage kommen, außer Union Berlin, die ja gerade auch eine Schwächephase haben in der Liga. Und das sind alles Mannschaften bei allem Respekt und bei aller Grottigkeit, die wir gerade zutage legen. Aber, also spielerisch gesehen natürlich, aber die Mannschaften musst du in der Relegation qualitativ, also auf dem Papier eigentlich schlagen und weghauen, um es mal deutlich auszudrücken. Tja, hast du das Pokalspiel gesehen? Ja, ja, natürlich, natürlich. Die Heidenheimer, die nehme ich da vielleicht auch jetzt nochmal raus. Die haben, natürlich, das war, brauchen wir nicht drüber sprechen, das war unglaublich. Das ist Pokal, wie er leibt und lebt. Aber ich glaube halt auch nicht, wenn man sie jetzt am Wochenende, habe ich sie mir angeguckt gegen Köln am Sonntag, da war halt nicht mehr viel davon zu sehen, um es mal vorsichtig auszudrücken, ohne den Heidenheimern jetzt auch zu nahe treten zu wollen. Wie gesagt, wir wissen alle, wie die Relegation laufen kann. René hat sich selber schon als Fan mitgemacht, war damals auch eine enge Geschichte gegen die Nürnberger. Wir kommen jetzt Erinnerungen hoch, aber ich denke, wir, die Relegation werden wir dieses Jahr packen, oder darf man das sagen, packen, oder werden in die Relegation gehen müssen. Und ja, das bisschen Resthoffnung, was ich noch habe, sagt mir, dass wir die dann auch schaffen. Ja gut, ich meine, soweit ich das verstanden habe, oder soweit ich mich erinnern kann, gab es den Fall, dass die Erstligamannschaft, die Relegation gespielt hat, doch, glaube ich, nur einmal oder irgendwas, dass die runtergegangen sind. Hertha war es damals gegen Düsseldorf, wo diese Thüro-Aktion war, das war 2012. Und ich glaube, in früheren Jahren ist es auch mal vorgekommen. Okay, das ist dann aber schon länger her. Ja, ja, also von daher, wenn du den Relegationsplatz schaffst, dann kannst du dir eigentlich, soll es dir nicht komplett sicher sein, aber die Chancen sind größer für die Bundesliga-Mannschaft als für die Zweitliga-Mannschaft. Ich sehe aber euer Restprogramm jetzt ganz ehrlich nicht so unkritisch. Ich meine, Augsburg auswärts musst du gewinnen, wenn du den Relegationsplatz behalten willst. Wenn du den haben willst, dann ist das das Schlüsselspiel. Wenn du das Ding reißt, davor und danach, wird es halt echt irgendwie schwierig. Auch eher im Vergleich zu Nürnberg gemeint, die jetzt noch Bayern vor sich haben, die jetzt gegen Schalke spielen, haben wir, wenn man das so sagen kann, kein Gegner ist ja eigentlich angenehm in der Liga. Aber da haben wir noch das eher angenehmere Spiel, beziehungsweise das machbarere Programm, um es mal so auszudrücken. Ich könnte mir auch beispielsweise vorstellen, dass... Ja, ja, aber das musst du halt auch erst mal machen. Also nur weil es machbares Programm heißt, heißt es ja noch nicht, dass es quasi direkt irgendwie durchaus... Vor allem nicht bei unserem Klub, ja. Also bei einem Hertha-Spiel könnte ich mir nur vorstellen, dass für die ist die Saison ja quasi jetzt schon gelaufen und die Stimmung ist nicht so gut. Das ist wahrscheinlich am drittletzten Spieltag nicht anders. Aber klar, ich traue unserer Mannschaft auch momentan alles und nichts zu. So ein bisschen. Und auch mit der Relegation, so wie ich uns kenne, sind wir dann doch wieder die erste Mannschaft seit Hertha 2012, die dann runtergeht. Egal gegen wen, also keine Ahnung. Ja, das würde ich jetzt nicht sagen. Also rein spielerisch oder rein, wenn ich mir jetzt die Kader der anderen Mannschaften angucke, dann, wie Janik schon gesagt hat, dann sind eigentlich Nürnberg und Hannover ja sowieso die beiden Mannschaften, die am totesten von den dreien da unten sind. Und wenn du in die Relegation kommst, ich meine klar, Union wird irgendwie kämpfen, aber ja, machst du halt irgendwie einen Unentschieden ohne einen knappen Sieg und dann ist das Thema halt auch durch. Also da würde ich mir jetzt echt nicht so viel Gedanken machen. Aber du musst halt jetzt die Mannschaft da mal so ein bisschen auf Linie setzen und zumindest in den letzten verbleibenden Spielen die nötigen Punkte holen. Sonst geht es halt auch schnell irgendwie nach hinten los. Ja, ich meine, wenn wir uns jetzt die Zweitliga, ich verfolge jetzt die Zweitliga nicht so eng. Also Union steht auf Platz 3 mit 48 Punkten, hatten wir gerade schon gesagt, Paderborn und Kiel dahinter mit 45. Sankt Pauli 44, Heinlein 43. Ja, das ist halt immer so die Sache. Du kommst halt als Erstliges in die Relegation, spielst seit Wochen eigentlich scheiße. Trippst auf eine Mannschaft, die total heiß ist, die seit Wochen wahrscheinlich ein bisschen besser spielt und die unbedingt gerade im Fall von Union zum ersten Mal aufsteigen will. Und auch die anderen sind ja nicht weniger motiviert. Ja, vielleicht können wir da mal überleiten zu unserem nächsten Thema. René, ihr habt ja 2016 Relegation gespielt. Ja, da war was. Gegen den FCN. Ich weiß gar nicht mehr, mit wie viel Rückenwind die damals in die Relegation kamen. Mit viel. Mit viel. Das hat ich nämlich auch in Erinnerung. Das Hinspiel ging 1 zu 1 aus zu Hause bei euch. Und dann habt ihr in Nürnberg 1 zu 0 gewonnen. War da auch dieses Gefühl so, wir müssen uns jetzt hier als Absteiger, der ja auch nicht so gut aus der Saison rausgekommen war, logischerweise, wenn du Drittletzter bist, heißt, wir müssen uns da diesem Ansturm des übermotivierten Zeitleaks näher werden und kriegen die gerade so unter Kontrolle. Boah, ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich viel von dem, was damals in den Spielen gelaufen ist, einfach aus einer Selbstschutzreaktion heraus verdrängt habe. Aber ja, ich meine, als Bundesliga-Mannschaft, wenn du am Ende da auf so einem Relegationsplatz stehst, dann warst du ja auch vorher jetzt nicht das Motivationsmonster, sonst hättest du dich da ja irgendwie wieder rausgekämpft. Weil wie ja vorhin schon sagte, bei den letzten Spielen geht es ja meistens nicht mehr um Können, sondern dann geht es ja nur noch um Wollen. Ja, weil wenn du das gekonnt hättest, das Spiel, dann wärst du ja nicht da unten irgendwo drin gewesen. Und klar, der Aufsteiger oder der potenzielle Aufsteiger ist natürlich immer motivierter an der Stelle. Und ich habe an Nürnberg sowieso generell irgendwie, wenn wir gegen die gespielt haben, selten irgendwelche guten Erinnerungen. Es waren nie schöne Spiele, soweit ich das in meinem Kopf habe. Also es war ein sehr, sehr anstrengendes Spiel damals in Nürnberg. Gerade wenn du quasi das Zuhause nur das Unentschieden hast, wo du ja eigentlich irgendwie sagst, das ist so das Ding, was du irgendwie halt auch reißen musst. So mit den eigenen Fans im Rücken. Und dann bist du quasi irgendwie auswärts. Und das ist irgendwie kalt und eklig und nass und bäh. Und ja, schwierig. Sehr, sehr schwierig. Macht mir richtig Mut. Wir kommen jetzt da halt. Redikation ist halt ein Arschloch. Das war sie schon immer. Und ich glaube, das wird sie auch immer bleiben. Ja, also für alle, die nochmal Termine noch nicht im Auge haben, es ist der 23. Mai, das ist ein Donnerstag und der 27. Mai ist es ein Montag und wir spielen zuerst zu Hause. So wie die Eintracht damals auch. Ja, 2016, die Eintracht rettet sich. Der VfB steigt ab als Tabellenvorletzter. Und jetzt ist es drei Jahre später und der VfB steht auf dem Relegationsplatz und die Eintracht steht auf Platz vier und im Europapokal-Viertelfinale und hat zwischendurch noch den Pokal geholt. Würdest du sagen, dass der VfB und die Eintracht jetzt mal abgesehen vom Saisonausgang 2016 eigentlich relativ auf Augenhöhe waren? Oder keimt da schon der Erfolg bei euch auf? Naja, also wir hatten, ich glaube, der größte Vorteil gegenüber euch ist, dass wir nicht abgestiegen waren. Also ich glaube, das ist so der größte Knick, den du natürlich in diesem ganzen Ding da drin hattest. Wir hatten vorher ein halbes Jahr knapp Kovac, der ja dann quasi so dieser Motivationstrainer da ist. Wir hatten das Glück, dass wir im Verein, in der Führungsmannschaft umsortiert haben. Leute hatten, die halt auch auf einmal in der Lage waren, so ein bisschen einen Plan zu entwickeln, die vielleicht auch mit so ein bisschen unorthodoxen Methoden da rangegangen sind. Und wir hatten halt, wie ich schon sagte, die komfortable Situation, dass wir, auch wenn es eklig war, aber durch die Relegation dann irgendwie drin geblieben sind. Das bringt ja natürlich immer nochmal eine andere Ausgangssituation, als wenn du halt wirklich aus der unteren Liga dann da den Anlauf nochmal nehmen musst. Ja. Ja, und dann ging es ja für euch weiter. Ihr wart, ich habe gerade nochmal geschaut, die Saison 2016, 2017, als wir in der zweiten Liga waren, wart ihr zur Winterpause noch auf Platz sechs und wart dann, glaube ich, die schlechteste Rückrundenmannschaft, wenn ich das gerade richtig sehe, dieser Rückrundenabsturz. Im Jahr drauf, dann Pokalsieger und erinnern wir uns alle noch, am Ende noch sozusagen ein Platz hinter uns, was aber auch mehr Glück als Verstand bei uns war. Und jetzt, wie gesagt, Platz vier nach dem Sieg gegen uns und jetzt auch nochmal am letzten Spieltag nochmal zementiert. Europa-Pokal-Viertelfinale. Ja, wie geil ist es eigentlich momentan, Eintracht-Fan zu sein? Wie ist das für euch? Ich sitze die ganze Zeit mit so einem fiesen Dauergrinsen hier. Ja, also, es ist ja so ein bisschen unfair, das jetzt irgendwie so alles zu erzählen, aber es ist halt schon einfach gerade eine extrem, extrem geile Situation, weil halt irgendwie alles das, wo wir vor Jahren noch nicht dran geglaubt haben, dass es irgendwie stattfinden könnte, jetzt irgendwie drin ist. Die Entwicklung ging rasend schnell. Ich meine, das sind jetzt zweieinhalb Jahre, drei Jahre knapp seit diesem Relegations-Ding. Wir haben auf einmal Spieler in den Vereinen bekommen, die, wenn man jetzt nur mal auf das Finanzielle guckt, einen Zuwachs an Marktwert bekommen und nicht, wie wir es sonst irgendwie immer kennen, irgendwie andersrum. Da werden Spieler irgendwie geholt, wo du irgendwie dann feststellst, nach dem Motto, okay, aber warum und wieso und wo kommen die irgendwie her? Ja, weil du einfach einen Kaderplaner hinten dran hast, der Leute ausgraben kann, die halt einfach auch funktionieren, die entweder es schaffen, dieses Kollektiv aufzubauen oder die halt in diesem Kollektiv irgendwie arbeiten können. Du hast einen Bobic, wo wir am Anfang ja auch eher so ein bisschen kritisch waren, weil wir auch immer gesagt haben, naja, der rennt jetzt irgendwie hier beim Doppelpass und beim ZDF Fernsehgarten und so weiter rum, aber ist der denn da als Sportdirektor, ist der denn da jetzt irgendwie brauchbar? Aber ja, ist er. Also er hat die Lehrjahre bei euch gemacht und hat, glaube ich, aus all dem, was er da an der Stelle falsch gemacht hat, durchaus viel gelernt. Er hat das Netzwerk, was du halt einfach auch brauchst, also rundherum ein Glücksgriff. Mit dem Trainer Kovac haben wir es geschafft, eben auch motivationsmäßig da nach vorne zu bringen. Mit Hütter finde ich jetzt auch, obwohl wir da ja auch am Anfang als Fans ein bisschen zurückhaltend optimistisch waren, den nächsten Schritt gemacht, der jetzt eben nicht nur Motivation kann, sondern auch spielerisch da noch irgendwie was reißen kann. Also es ist, wir selbst schwanken noch so ein bisschen zwischen, boah, ist das geil und hoffentlich weckt uns niemand aus diesem Traum auf. Also es ist sehr, sehr schwierig. Ja, ich habe es auch auf der Rückfahrt vom Frankfurt-Spiel, habe ich auch so ein paar Leute irgendwie in der S-Bahn oder im Regionalexpress gehört, die dann gesagt haben, die dann meinten, ja, vorm Spiel dachte ich, naja, jetzt ist es wieder so ein Spiel gegen den VfB, wo wir dann irgendwie doch wieder stolpern und dann tun wir es halt doch nicht und dann geht schon das Spiel halt 3-0 für die Eintracht, außer jetzt gegen Schalke, war es ja auch wieder so, wo wir dann irgendwie, oder ach, gehoffen haben, es gibt ja viele Beispiele, abgesehen mal von... Ja, du hast es ja angesprochen, also wir waren eigentlich in der einen Saison Hinrunde total toll und Rückrunde schlechteste Mannschaft der Rückrunde. Wir waren über Jahre hinweg, und da sind wir als Eintracht-Fans auch so ein bisschen sehr gebranntmarkt, waren wir immer diejenigen, die es am Ende geschafft haben, den eigentlich schon seit zwei Jahren toten Gegner auszugraben, anzuziehen und wiederzubeleben. Ja, das war so eins der großen Talente der Eintracht, selbst die, die schon fünfmal erschossen worden sind, trotzdem irgendwie wieder auf den Platz zu bringen und dann halt auch zusätzlich immer noch die Situation hatten, dass wir immer das Pech auf unserer Seite hatten, blöde Schiedsrichter, schlechte Entscheidungen beim Video-Referee, irgendwie das Foul gesehen, das Handspiel nicht gesehen. Und jetzt seit zwei Jahren, man darf es jetzt nicht so laut sagen, und ich lopfe jetzt hier mal auf Holz, ist es halt genau andersrum. Ja, wir schaffen es irgendwie, die Konstante zu halten, auch wenn wir in den Spielen immer mal wieder so Phasen haben, wo es dann irgendwie wieder so ein bisschen wackelt und man sagt, ja, da ist ja wieder die alte Diva vom Main. Nein, wir ziehen es irgendwie durch, wir können uns berappeln, wir haben eben dieses Kollektiv und wir haben halt auch das Glück auf unserer Seite, ja, das Ding gegen Schalke da in der letzten Minute, dann kriegst du den einen Elfmeter nicht und dann kriegst du den anderen, der vielleicht nicht so klar gewesen ist wie der Erste, der aber trotzdem aus meiner Sicht nach wie vor berechtigt war, ja, weil die Hand hat da nichts zu suchen. Und, aber das Glück dann halt auch einfach an der Stelle mal irgendwie zu haben und egal wie die Saison am Ende ausgeht, wir können uns am Ende der Saison über nichts beschweren, selbst wenn es am Ende, jetzt mal so ganz schwarz gemalt, nicht mal mehr vor Europa reicht, was ich ja ernsthaft nicht glaube. Was auch wahrscheinlich tabularisch kommend noch möglich ist, oder? Ja, also möglich ist es halt schon noch, ja. Also, du hast da schon noch irgendwie mit Gladbach, Leverkusen, den Wolfsburgern, die da noch irgendwie am Rumrühren sind, ja, und wenn es irgendwie ganz scheiße läuft, dann zieht auch noch Düsseldorf am Ende fast an dir vorbei. Aber da müsste halt schon einfach verdammt viel schief laufen. Selbst dann kannst du dich eigentlich über nichts beschweren, solange die Leistung am Ende stimmt. Ja, wenn du jetzt die letzten fünf Spiele quasi ohne Mannschaft aufläufst, dann ist das vielleicht nochmal was anderes. Aber wenn du halt einfach kämpfst und hast am Ende halt einfach ein bisschen weniger Glück als der Gegner, dann ist es halt so. Das gehört halt zu dem Spiel auch irgendwie mit dazu. Aber trotzdem muss man sagen, diese Entwicklung in zweieinhalb Jahren, wo andere Vereine irgendwie zehn, zwölf Jahre dafür brauchen, war extrem schnell. Und ich mache es nach wie vor daran fest, dass wir Menschen hatten, die bei uns ein Vertrauen bekommen haben, was sie woanders dann nicht bekommen haben, sowohl auf den Entscheider-Ebenen als auch auf den Spieler-Ebenen. Und sie bereit waren, Energie in diesen Verein zu investieren und Dinge einfach mal auszuprobieren. Wer hätte denn wissen können, dass ein Indiker, den nie irgendwie jemand vorher auf dem Schirm hatte mit seinen 19 Jahren aus der französischen Liga, da halt einfach so dermaßen geil als Innenverteidiger performt. Aber die Möglichkeit zu bekommen, das mal auszuprobieren. Und halt auch zu sagen, von wegen diesen viel besprochenen Kostetsch, den wir haben. Ja, der war in Stuttgart und in Hamburg scheiße. Aber wir glauben an ihn und wir glauben, dass er in diesem System was bewirken kann, den zu holen. Und dann auch noch zu sagen, von wegen, du spielst hier so verkappter linker Außenverteidiger. Also den anderen Trainer und den anderen Verein, der das macht, den will ich mal sehen. Ja. Ja, du hast auch gerade schon angesprochen, die Person Bobic, klar, ist ja in aller Munde, aber wer jetzt weniger in aller Mund ist, ist Ben Manga, euer Chefscout und Skalaplaner. Das ist, glaube ich, seine... Aber bei uns ist der schon des Öfteren in Gespräch. Also das ist eine ganz immens wichtige Personalie in dem ganzen Konstrukt. Der ist einfach so immens wichtig. Der hat ein solches Gespür für die Spieler und wie so eine Zusammenstellung ist. Und der kann halt auch mit dem Trainer und mit dem Sportdirektor arbeiten. Also das ist ein so wichtiger Mensch. Und wenn ich mich nicht irre, läuft sein Vertrag zum Ende der Saison aus und ich hoffe, dass sie den einfach irgendwie verlängern. Ja, ich habe nämlich gerade mal bei Transfermarkt geschaut. Da sieht man nämlich nicht nur, wie lange sein Vertrag voraussichtlich läuft. Da steht nämlich 30.06.2019, sondern auch, bei welchem Verein er vorher vier Jahre lang Scout war. Und das ist, die VfB-Fans wissen das wahrscheinlich auch, der VfB in der Tat gewesen. Und als dann der VfB abstieg, ging Ben Manga dann zum 1.07.2016 zur Eintracht. Freddy Bobic hatten wir ja schon eine Weile vorher entlassen. Der kam ja dann einen Monat vorher schon zu uns. Ja, genau. Das war, glaube ich, irgendwie im Juni, dann Anfang Juni irgendwie als Vorstand oder als Sportdirektor dann da, ja. Na ja, gut, ich meine, dann ist klar, dass dann so Leute dann natürlich dann auch mitkommen. Also das ist jetzt nicht ungewöhnlich. Ja, und was mich einfach so ärgert, ist, dass, klar, natürlich hat der VfB das eine Jahr in der zweiten Liga verbracht, was sozusagen schon die Eintracht nutzen konnte, um einen gewissen Vorsprung aufzubauen. Aber dann machst du diese Ausgliederung und sagst irgendwie, wir investieren jetzt so und so viel Geld, so und so viele Millionen in diesen Kader und jetzt geht's aufwärts und jetzt wird alles besser. Und die Eintracht hat jetzt in den letzten Jahren nicht mehr Geld zur Verfügung für Transfers als der VfB. Wahrscheinlich im Zweifelsfall eher weniger. Also klar, wenn jetzt einer der Spieler teuer verkauft wird, sieht das anders aus. Aber rein so von den finanziellen Möglichkeiten wäre der VfB ja nach dieser Ausgliederung und gerade mit den Investitionen vor dieser Saison ja zumindest finanziell, strukturell irgendwie auf Augenhöhe mit der Eintracht gewesen. Aber man bringt es einfach nicht auf den Platz. Und das ist das, was mich so ärgert. Klar, es ist auch ganz viel, wie du gerade sagtest, Spieler, die sich beweisen wollen, die irgendwo aus der zweiten Reihe kommen. Klar, wir holen dann halt Spieler, die bei ihren Vereinen schon top sind und quasi, wo du denkst, wieso kommt so einer zum VfB? Ozan Kabak ist das Positiv-Beispiel. Und bei Borna Sosa und Pablo Maffie, der eine von Manchester City eigentlich als Stammverein und der andere von Dynamo Zagreb, denkst du halt, okay, die werden nicht schlecht verdienen und die Vereine verdienen auch noch ganz gut was dran. Ja, Yannick, wie siehst du das, was in den letzten drei Jahren passiert ist beim VfB im Vergleich zur Eintracht? Ja, man, ja, der René hat es eigentlich ganz gut gesagt. Man hat der Eintracht so ein bisschen die Chance gegeben, auch mal Verrücktes auszuprobieren. Für mich, ich mache es auch an zwei Personalien fest, eigentlich an Freddy Bobic. Und ich finde auch der Präsident Peter Fischer, der ist ja schon sehr lange im Amt meines Wissens nach, der ist da, glaube ich, auch einer, der auch mal die Leute machen lässt. Und das ist jetzt meine Außenbetrachtung. Ich weiß natürlich nicht, wie das, wenn man da jetzt im inneren Zirkel der Eintracht ist, abläuft, aber ich glaube, der lässt die Leute auch mal machen. Und hat eben dem Bobic auch diesen Raum gegeben zur Entfaltung. Und dann hatte man natürlich die zweite Personale, war für mich Niko Kovac. Auch wenn er jetzt bei Bayern ein Trainer ist, aber er hat das, glaube ich, dann auch so ein Stück weit mit auf den Weg gebracht. Diese neue Eintracht, diese Eintracht, die plötzlich Spaß macht, die eine Offensivpower an den Tag legt, dass dir Hirn und Sehen vergeht. Und das meine ich jetzt wirklich mit einem großen Schuss Anerkennung. Das meine ich jetzt nicht irgendwie ironisch, das ist wirklich so, weil die Eintracht war ja früher auch eine Mannschaft, ähnlich wie wir jetzt, wo du dir auch manchmal gedacht hast, oh, aua, das tut weh, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber plötzlich spielen die einen Fußball auch auf internationaler Ebene, dass dir Hirn und Sehen vergeht. Haben jetzt mit Inter Mailand eine der Weltklubs oder ehemaligen Weltklubs momentan, sind sie das auch nicht, aber sehlich keine Laufkundschaft, mal kurz im eigenen Stadion düpiert, weil das Spiel hätte ja locker auch 5-0 ausgehen können. Aber zurück zum Thema. Ich mache es an zwei Personalien fest und das ist einmal Niko Kovac, der diesen Weg als Trainer dann maßgeblich mitgestaltet hat, das Ganze mit auf den Weg gebracht hat und Freddy Bobic mit seiner bis dahin unbekannten, nicht gezeigten beim VfB-Fähigkeit, Spieler aus dem Hut zu zaubern wie einen Rebic, wie einen Jovic, wo du dir dann denkst, und auch Haller, wo du dir denkst, wo hat er die denn jetzt her? Oder auch ein Dani da Costa ist auch so ein Beispiel. Der war, wo war er davor? Bei Leverkusen, glaube ich. Korrekt. Der war, ist total unterm Radar, war der eigentlich. Den hat keiner so wirklich ernst genommen und plötzlich spielt er da einen rechten Außenverteidiger, wenn ich mich entsinne. Ist er Rechtsverteidiger? Genau. Spielt er da einen rechten Verteidiger, dass die Hirn und Sehen vergeht? Und das ist einfach, ja, das ist unglaublich. Ja gut, aber auch so andere Dinge, wenn du überlegst, in der letzten Saison einen Kevin-Prinz-Boateng da hinzustellen, auch jemanden, der in Deutschland in der Liga nie irgendwie was gerissen hat, der bei ganz vielen immer eher so als der Stinkstiefel, der Faule, der Partygänger irgendwie abgestempelt ist und den stellst du da halt einfach in die Mitte und der wird zur zentralen Figur nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz. Das musst du dich halt auch erstmal irgendwie trauen und dann musst du halt auch einfach an dein System an der Stelle glauben, dass das, was du da gerade eben aufbaust, funktioniert und vielleicht auch nicht im ersten Jahr funktioniert. Also ich meine, neben eben der Möglichkeit, das zu machen, haben ja auch die Personen irgendwie die Zeit bekommen, weil ich glaube, da hat auch in dem Moment noch keiner dran gedacht, dass wir gleich in dieser ersten vollen Saison dann am Ende nur ganz knapp in der Liga an diesem internationalen Platz irgendwie scheitern und uns über diesen Pokal da irgendwie wieder rein kämpfen. Ja, das ist, das meinte ich ja auch und da hast du dann halt auch diesen Präsidenten, Peter Fischer, der da wirklich die Leute auch machen lässt, was ja bei uns leider nicht so wirklich der Fall ist, wenn man das jetzt mit uns vergleicht, eher das Gegenteil. und eben diese verrückten Dinge auch mal zulässt und sagt ja, okay, Bobic, mach das, mach das. Ich vertraue dir, ich stehe hinter dir und mit dem Herrn Hübner habt ihr ja auch jemanden, der recht kompetent ist in den Bereichen. Ja, das ist richtig. Also wir waren ja so ein bisschen zwiegespalten, als diese ganze Ankündigung, Weggangsgeschichte von Kovac dann da hochkam. Im Nachhinein bin ich sogar irgendwie fast so ein bisschen froh, weil ich glaube wirklich, dass wir mit Hütter da nochmal den nächsten entscheidenden Schritt gegangen sind. Wie ich es vorhin schon gesagt habe, wir haben jetzt nicht nur einen Trainer, der in der Lage ist, dieses Kollektiv zu fördern und die Motivation in die Spiele reinzubringen, sondern der auch noch darüber hinaus spielerisch und taktisch da nochmal einen ganz anderen Kniff reinbringen kann, ohne jetzt irgendwie total verbohrt zu sein. Das war ja auch so ein bisschen die Befürchtung, die wir bei Hütter am Anfang hatten, dass er da jetzt von vornherein irgendwie versucht, so sein 4-4-2, was ja so sein präferiertes Spielsystem ist, da irgendwie draufzusetzen. Aber nee, er hat halt erkannt, was bei der Mannschaft halt geht und dafür gesorgt, dass die Spieler dann halt auch, dass das halt dann so funktioniert. Aber er zieht das Thema halt auch durch, was vorher passiert ist, wieder Spieler zu holen, bei denen man irgendwie am Anfang gedacht hätte, ja, aber was soll das denn bringen? Mit einem Hinteregger, der von der ersten Minute an irgendwie da gelaufen ist. Mit einem Seppi Rode, der seit anderthalb Jahren nicht wirklich irgendwie Fußball gespielt hat, aber nach drei, vier Spielen zu der zentralen Position im Mittelfeld wird, wo du halt einfach jetzt schon extrem merkst, wenn der mal nicht auf dem Feld steht und du dich dann mit so einem Handelfmeter-Ding in der 96. Minute gegen Schalke irgendwie durchsetzen musst, weil dir der Mittelfeldmann spielt. Also das halt einfach auch fortzuführen, aber das halt auch nochmal noch mehr, ja, quasi da drauf aufzubauen, aber und dann auch parallel, und das ist vielleicht auch nochmal so ein Ding, so zu erleben, wie dieser ganze Verein an sich sich professionalisiert, was Berichterstattung angeht, was Außendarstellung angeht, was diese ganze Social-Media-Thematik irgendwie angeht. Also einfach an sich diesen großen Schritt zu machen und alles das, was andere Vereine in den letzten acht bis zehn Jahren gemacht haben, mit so zwei großen Schritten irgendwie aufzuholen. Also da ist halt einfach viel, viel passiert. Definitiv. Ja, wir haben noch eine Frage bekommen vom Ed Marco Prustring, der sagt, frag doch mal den Ed Rüsselt hier, wie die Gewinnermentalität in den Verein gekommen ist. Kann man das an Bobic festmachen oder kann man das an der Person festmachen? Weil es ist ja wirklich so, um das nochmal kurz aufzugreifen, ihr seid ja diese Saison dann im Pokal gegen Ulm rausgeflogen als Titelverteidiger und Supercup lief auch nicht so gut und alle dachten schon, naja, das war jetzt mal ein Höhenflug und jetzt kommt der neue Trainer und es geht wieder bergab und es ist ja quasi das Gegenteil eingetreten von dem, was die Leute vor der Saison irgendwie geungt haben. Also Supercup, muss man halt auch dazu sagen, das ist halt auch irgendwie so ein Alibi-Preis, den kannst du dir irgendwie in der Küche aufs Regalbrett stellen, aber mehr will ich damit halt eigentlich auch nicht machen. Aber es hätte ja keiner mit einem 5-0 gerechnet oder was das Ergebnis ist. Ich habe auch am Wochenende nicht mit einem 5-0 von den Bayern gegen Dortmund gerechnet, sonst hätte ich den Tippschein anders da ausgeführt. Ich will es auch nicht in diesem Supercupfest machen, aber die Zweifel waren ja am Anfang zumindest von außen denke ich schon ein bisschen da, ob die Eintracht noch mal in so einer Saison hinlegen kann. Ja, also ich glaube, diese Gewinnermentalität kam tatsächlich damals mit Kovac, der halt wirklich so ein Mentalitätstrainer war, wo es ja eben in dieser Rückrunde dann auch darum ging, da nochmal irgendwie die Kohlen aus dem Feuer zu holen. der hat da irgendwie ganz viel gerissen und der hat es dann halt auch einfach fortgeführt. Und wenn du dann aber so diese Mannschaft, dieses Team und dieses Ganze drumherum hast, was dich halt auch einfach über so Situationen drüber hinwegte, ich meine, das kennt ja jeder von uns von seiner normalen Arbeit eigentlich auch. Wenn die Arbeit scheiße ist, aber das Team, in dem du dich bewegst, halt einfach geil ist und du dich gegenseitig da halt so ein bisschen am Kragen aus dem Dreck rausziehst, dann kannst du halt auch die größte Scheißarbeit irgendwie überstehen. Und das ist das, was wir halt in der Mannschaft auch haben. Und dann stören dich auch so ein 5-0 im Supercup gegen die Bayern und so ein Pokal aus gegen Ulm. Dann denkst du halt auch so, okay, und jetzt ziehen wir uns gemeinsam aus dem Dreck wieder raus und jetzt erst recht, jetzt gucken wir mal, was geht. Weil du bist ja dann auch gerade in den ersten Spielen als der Underdog da irgendwo unterwegs. Da denkst du ja auf den Weg, ja, die hier Supercup war nix, Pokal war auch nix. Dann haust du vielleicht noch die ersten zwei Spiele irgendwie in der Saison in den Sand. Dann sagen sie alle, ja gut, letztes Jahr war so ein One-Trick-Pony, auf Wiedersehen. Dann lässt sich halt auch ganz anders da irgendwie mal spielen. Und bis die verstanden haben, dass du halt dann doch irgendwie der geile Superhecht bist, dann ist es halt auch irgendwie wieder fast zu spät. Ja, aber ich glaube, das ist genau das, was beim VfB fehlt. Auch diese, diese... Ja, aber das ist halt auch nachvollziehbar. Ihr seid jetzt gerade, also jetzt gerade zumindest nachvollziehbar, dass das jetzt nicht entstehen kann, weil ihr seid einfach jetzt in einer sehr bescheidenen Situation, würde ich es jetzt mal freundlich umschreiben. Du kannst jetzt nicht alles vergessen, was davor war. Das ist halt einfach schwierig. Du musst irgendwann diesen Schlusspunkt setzen. Den hatten wir damals mit der gewonnenen Relegation gegen Nürnberg. Ja, und dann konnten wir alles das, was davor war, abarbeiten, ignorieren. Und dann war der klare Blick nach vorne. Ja. So, das könnt ihr dann machen, wenn ihr das Thema für euch jetzt, oder wenn der Verein das Thema dann irgendwie abgeschlossen habt, und dann halt nach vorne gucken, dann geht das wieder. Ja, das ist es. Aber wir dachten ja eigentlich schon, nachdem wir da irgendwie noch auf Platz 7 gerutscht sind und irgendwie am Montag nach dem letzten Saisonspiel, wo wir die Bayern in deren Stadion 4-1 weggemacht haben, stellen wir fünf neue Spieler vor. Du denkst, okay, die Rückrunde war vielleicht ein bisschen glücklich, aber das war vielleicht der Schubs, den wir brauchten. Jetzt holen wir die Spieler und jetzt können wir zumindest mal eine ruhige Saison verleben. Zumindest nicht schon wieder bis zum Ende im Abstiegskampf drinstecken. Und herauskommt die schlechteste Saison in der Bundesliga-Geschichte des VfB. Also wir sind momentan noch, ich glaube, zwölf Punkte schlechter als 2016 zum gleichen Zeitpunkt. Und das ist halt einfach so. Da denkst du dir, wie kann das sein? Also, ja, das ist quasi das Gegenteil von euch. Also, weil kacke und nochmal ein bisschen beschissener. Im Gegensatz zu krass und nochmal eine Spur krasser in der Folgesaison. Ja. Schwierig. Ja, Nick, möchtest du noch was zu dem Thema loswerden? Ansonsten würde ich sagen, wir widmen uns noch ein paar weiteren Themen rund um den Brustring. Also, das ist natürlich ein Thema, worüber man eine eigene Podcast-Folge machen könnte. Ich wollte es gerade sagen. Ihr habt das ja jetzt sehr ausführlich, oder wir haben das ja jetzt sehr ausführlich besprochen. Und dem ist nichts hinzuzufügen. Wir hoffen jetzt einfach, dass wir Eintracht Part 2 sind. Und dann, dass es vielleicht auch einen ähnlichen Weg geht. Das würde ich so unterschreiben. Ja. Wir können ja mal gucken. Wir kommen ja gleich noch zu möglichen Trainerkandidaten. Ja, schauen wir noch auf ein paar weitere Themen rund um den Brustring. Ganz flott. Ganz kurz. René, willst du jetzt dich verabschieden, oder willst du noch... Ich würde die Gelegenheit dann in der Tat gerne nutzen. Nicht, dass ich gerne noch mit euch irgendwie plaudern möchte, aber mein Arbeitgeber hätte gerne, dass ich morgen relativ früh anfange zu arbeiten. Und ich hatte es vorhin schon zum Lennart gesagt, ich weiß auch nicht, aus irgendeinem Grund ist so Schlaf etwas, was ich dann doch irgendwie gelegentlich mal brauche. Von daher würde ich mich an der Stelle hier verabschieden. Ich bedanke mich vielmals für die Einladung und mit euch über den VfB sprechen zu können. Ich muss zugeben, ich hatte immer so einen kleinen Faible für den VfB. Ich habe auch noch, glaube ich, irgendwo oben auf dem Dachboden diese CD von diesem Bobic-Elba-Balakoff-Song, den die mal irgendwann aufgenommen haben. Magisches Dreieck. Ja. Also von daher so ganz freuen. Also freuen würde es mich nicht, wenn der VfB runtergeht. Ich glaube schon, dass ihr die Relegation da noch irgendwie packen könnt. Und drücke euch da die Daumen. Vielen Dank. Danke. Und wünsche euch ansonsten auch viel Spaß mit all den weiteren Themen, die ihr hier noch so auf der Liste stehen habt. Ich sehe das Dokument ja und gefühlt würde ich sagen, ist da noch mindestens eine Stunde Redebedarf. Hoffentlich nicht. Genau. Folgt dem René unter Ed Rüsselt hier bei Twitter mit UE natürlich. Hört den Eintracht Frankfurt Podcast. Und ja, René, nochmal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast heute Abend mit uns. Da habe ich für. Und euch dann noch einen schönen Abend. Danke. Macht's gut. Vielen Dank, René. Macht's gut. Ciao. Gut, ja Nick, dann machen wir noch schnell den Rest der Folge hier zu Ende. Genau. Die weiteren Themen rund um den Brustring. Nachwuchsmannschaften. VfB hat jetzt gegen Ulm verloren 0 zu 2. Hat dann Marc Kienle entlassen als sportlichen Leiter. Andi Hinkel ist jetzt neuer Trainer und Michael Gentner. Und Michael Gentner, sportlicher Leiter der U21. Dann das erste Spiel jetzt am Wochenende gegen Baling 0 zu 0. Die VfB 2 ist jetzt auf Platz 16 abgerutscht. Da Aalen sehr wahrscheinlich aus der dritten Liga absteigt, ist auch Platz 15 Abstiegsplatz. Und wenn Groß Asprach auch noch runter geht, ist es Platz 14. Ich bin mal gespannt, wie das bei denen ausgeht. Besser sieht es aus bei der A-Jugend. Die haben gegen Ingolstadt 3-1 gewonnen und gegen den FSV Frankfurt 2 zu 1. Sind immer noch Tabellenführer. Haben jetzt fünf Punkte Vorsprung auf Platz 2. Spielen jetzt noch gegen Nürnberg und Lautern. Zu Hause gegen Freiburg und Hoffenheim auswärts. Und stehen natürlich im Pokalfinale. Und die B-Jugend hat gegen Ingolstadt und Bayern jeweils mit 3 zu 0 gewonnen. Sind jetzt aber auf Platz 6. Die Meisterschaft ist schon futsch. Die können die Bayern, die Tabellenführer sind, nicht mehr einholen. Ein paar sonstige Themen noch. Maffeo hatten wir schon wieder, hatten wir schon drüber gesprochen. Borna Sosa hat sich dann in der Länderspielpause, die jetzt auch schon ein bisschen her ist, quasi am Tag, nachdem wir darüber gesprochen hatten, in der letzten Folge, warum Borna Sosa nicht mehr eingesetzt wird, spricht er genau das an. und hat dann ziemlich dermig das Interview gegeben in seiner, bei der Länderspielreise mit dem kroatischen, genau, dem kroatischen Fernsehen. Ich verstehe das irgendwie nicht, dass Spieler dann immer noch denken, dass das nicht in Deutschland ankommt, wenn die in ihrer Heimatsprache so ein Interview geben. Hat sich halt beschwert, dass er nicht eingesetzt wird. Und als er dann zurückkam, gab es dann bei Instagram ein hervorragend deutsch geschriebenes Statement. Übersetzer, ja. Ja, genau, also keine Ahnung. Ich war halt einfach dumm. Ich fand es gut, dass er ihn gegen Nürnberg trotzdem eingesetzt hat, aber das ist halt einfach maximal dumm. Und da erwarte ich irgendwie von Spielern im Jahr 2019, dass sie da ein bisschen pfiffiger sind als so ein Blödsinn. Also, dass er enttäuscht ist, ist klar. Ja, dann soll er es im Training zeigen, aber nicht mit solchen doofen Interviews. Und ja, er ist eigentlich, auch wenn er jung ist, ist er trotzdem alt genug, um zu wissen, was er damit anrichtet. Punkt aus. Ja, dann gab es verschiedene Gerüchte um Führungspositionen beim VfB. Das eine ist ein bisschen weniger präsent. Da geht es nämlich um den Sportdirektor, den Thomas Hitzberger noch sucht. Da ist jetzt der Herr Schwarz, ich habe gerade den Vornamen vergessen, vom FC Augsburg immer noch im Gespräch wohl. Peters, der zuletzt beim HSV war. Und Helmut Schulte, der ja momentan die Leihspieler beim VfB betreut. Also, das ist natürlich alles Spekulation. Schwarz könnte ich mir ganz gut vorstellen. Der hat, glaube ich, in Augsburg... Stefan Schwarz heißt der übrigens. Stefan Schwarz. Hat da, glaube ich, nicht den schlechtesten Job gemacht. Peters beim HSV. HSV ist immer... Ja, und der wollte ja damals, glaube ich, wollte den Klinsmann nicht zum Bayern holen, oder wie war das? Hat er den nicht zum DFB geholt? Der war ja früher Hockey-Bundestrainer. Aber dem sein Klanz ist irgendwie auch so ein bisschen... Verblichen, kann man... Um es mal vorsichtig zu sagen. Bei Schulte weiß ich ehrlich gesagt nicht, was er als Sportdirektor und Kaderplaner für... Also, das sind nicht alles nur Gerüchte, aber da weiß ich ehrlich gesagt nicht, was er da für Kompetenzen hat. Keine Ahnung. Das wäre wahrscheinlich wieder so diese Stallgeruchlösung, so wie ich es verstanden habe. Ja, genau. Ja, aber so wie ich es jetzt gelesen habe, ich habe mal vorhin auch so nebenbei recherchiert, also der Schwarz gilt wohl schon so als der heißeste Kandidatenstand heute. Ja, ja, genau. Lassen wir uns überraschen. Ich denke, da wird es dann, wenn auch klar ist, wie es mit dem Verein weitergeht, noch das eine oder andere zu hören sein. Ja, genau. Trainergerüchte gab es auch, nämlich den Herrn Klaasner aus Linz. Ja, keine Ahnung, ob das nur eine österreich-interne Geschichte ist, weil die ja Tabellen zweit ist und man versucht, da Unruhe reinzubringen. Ich habe ja lustigerweise, das hatte ich, glaube ich, schon in unserer internen WhatsApp-Gruppe geschrieben, wir standen am Samstag nach dem Nürnberg-Spiel im Stau vom Vasen runter und da meint plötzlich einer in unserem Auto, ist dort Hitzelsberger da nebendran? Ich drehe mich so um, saß wirklich Thomas Hitzelsberger im Stau vom Vasen runter, wo ich mir denke, hat der nicht irgendwie so einen Geheimtunnel, mit dem man vom Stadion wegfahren kann? Hat er seinen Wagen echt auf dem Vasen geparkt? Also keine Ahnung, ob der... Ich hätte es gedacht, dass der irgendwie nach dem Spiel noch irgendwie... Gut, es war dann schon irgendwie Viertel nach sechs oder so, dass der aber noch irgendwie mit der Mannschaft zusammensitzt oder irgendwie keine Ahnung, das Spiel mit Weinzellen nachbespricht, aber der war irgendwie schon auf dem Weg woanders hin. Keine Ahnung. Vielleicht hat er noch einen wichtigen Termin gehabt, wir wissen es nicht. Und die Verkehrssituation in Stuttgart, die ist wirklich ganz, ganz schlimm. Egal, wie du fahren willst. Ja, es kann natürlich auch... Ja, es gibt keinen VIP-Ausgang. Kann natürlich auch sein, dass er bei Jerome Boateng eingeladen war. Ja, das kann natürlich auch sein. Wenn ich schnell nach München musste. Keine Ahnung. Genau. Ja, also ich bin mal gespannt, was da als Trainer kommt. Ich weiß auch nicht... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Weinzellen nach der Saison auch noch Trainer ist, egal wie es ausgeht. Ja. Darüber habe ich mir ehrlich gesagt noch keine großen Gedanken gemacht, weil für mich jetzt erstmal das Ziel, der Klassenerhalt steht. Aber durchaus wird es wahrscheinlich in einigen Positionen, in einigen wichtigen Positionen Änderungen geben. Und davon denke ich, könnte auch der Trainer betroffen sein. Wobei, wie gesagt, ich würde ihm auch zutrauen, eventuell für die neue Saison eine schlagkräftige Mannschaft mit aufzubauen. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Ja, das ist halt die Frage. Ich habe also ein bisschen Angst, dass wir wieder in diesen Fehler reinlaufen. Dann denken wir, ja, das hat ja geklappt. Und dann wie mit Korkut. Und dann musst du im Herbst wieder den Trainer rausschmeißen, wie wir das ja für gewöhnlich fühlen. Ja. Wobei ich den Weinzell dann doch schon für den fähigeren Trainer halte. Ja, auf jeden Fall. Also das definitiv. Aber lassen wir uns mal überraschen. Wir müssen jetzt mal gucken. Herr Dietrich will ja auf jeden Fall bei einem Abstieg bleiben, wo wir bei den Schlüsselpositionen sind. Er meint, vier Heimsiege reichen. Einer davon hat schon nicht geklappt. Hat schon mal nicht geklappt, ja. Der Ed Bad Firmont hat uns gefragt, mich würde eure Meinung interessieren, warum es nicht analog zum Jahr 2011 eine Aktion VfB 2019 gibt, die sich formiert und nicht nur mit Dietrich Raus das Problem bedennt, sondern Lösungen und Wege aufteilt. Vielleicht einen Gegenkandidaten präsentiert und positioniert. Vielleicht gibt es die, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Zumindest abgesehen von, gut, das CC hat ja eine relativ ausführliche Stellungnahme geschrieben, aber so eine richtige Aktion, die sich da sozusagen um Gegenkandidaten bemüht, scheint es bisher noch nicht zu geben. Meines Wissens das höre ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal, aber er schreibt ja auch nicht, dass es sowas gibt, sondern er fragt, ob es sowas überhaupt gerade gibt oder warum es sowas nicht gibt. Aber es ist mir nicht bekannt, dass es da was gibt. Es ist halt schwierig, was heißt schwierig, ich glaube 2011 hatten wir damals auch, ich weiß nicht mehr wer, war das Rohleder? Ich meine, es hat auf jeden Fall verschiedene prominente Figuren gegeben, die sich da vorne dran gestellt haben und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Geschichte, solange sich da keiner vorne dran stellt. Ich meine, Jürgen Klinsmann hält sich ja auch bedeckt und ist ja sowieso ganz beleidigt momentan. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, wenn du nicht so eine Figur vorne hast, die das so ein bisschen auch mit Prominenz anführt, dann ist das, glaube ich, schwierig. Das ist schwierig. Man hat es jetzt in Hannover gesehen, das kann funktionieren, aber dann muss sich da halt schon eine schlagkräftige Opposition auch bilden mit Ex-Spielern. Ja. Und richtig organisiert, genau. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob das in der jetzigen Situation noch so förderlich wäre, wenn es da noch irgendwie sowas in der Art gäbe. Ich glaube auch, ich glaube auch, dass wenn du jetzt irgendwie aus der Deckung kommst und dann wird dir nur vorgeworfen, dass du im Abstiegskampf Unruhe in den Verein bringst. Populismus wird dir dann einfach vorgeworfen. Und das ist ja dann auch Wasser auf die Mühlen von Herrn Dietrich. Das muss man ja auch fairerweise sagen. Weil dann sagt er, guckt mal, was seid ihr für Fans, dass ihr jetzt in der Situation sowas ansetzt hier. Ja, genau. Jo, Ozan Kabak auch wenig überraschend hat beim Abstieg eine Ausstiegsklausel. Das kam jetzt in den letzten zwei Wochen noch raus. Ja. Und noch eine schönere Sache, die Fantastic Females Ausstellung ist jetzt auch nach Stuttgart gekommen. Heute wurde sie am 6. Genau, also am Samstag am Tag des Nürnbergs wurde sie eröffnet. Wurde sie eröffnet. Heute Abend ist, glaube ich, eine Podiumsdiskussion und ist noch bis zum 18. April offen im VfB-Fan-Projekt. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, wenn ihr die Chance habt. Und diese sehr interessante Ausstellung, die ich leider selber noch nicht gesehen habe, wenn die in Stuttgart ist. Ich schaue mal, dass ich sie mir vielleicht in Mainz angucken kann. weil nach Stuttgart schaffe ich es unter der Woche oder so, glaube ich, bis zum 18. ist es nicht mehr. Ja, und wenn wir noch auf die Ex-VfB da schauen, Takuma Asano ist ja nach Hannover ausgeliefert, darf aber jetzt für den Rest der Saison nicht mehr spielen. Thomas Soll hat eine schriftliche Anweisung von Martin Kind, weil wenn er jetzt noch so und so viele Minuten mehr spielt, dann müsste Hannover ihn verpflichten für was, dreieinhalb Millionen oder sowas? Dreieinhalb Millionen. Ja, und das möchten sie bei dem fast feststehenden Abstieg vermeiden. Zumal Asano ähnlich wie bei uns das auch nicht so wirklich gezeigt hat, dass er Erstligatauglich ist. Ja, aber es ist schon irgendwie komisch. Bin mal gespannt, wo der nächste Saison landet, ob Arsenal den nochmal verleiht oder, naja, mal schauen. Jo, dann sind wir auch schon fast am Ende. Die üblichen Hinweise noch für euch. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns finanziell unterstützt. Das könnt ihr auf Patreon tun, schon mit einem kleinen monatlichen Beitrag, der uns sehr viel hilft. Damit decken wir beispielsweise die laufenden Kosten, die hier so entstehen für den Serverspace und für die Nachbearbeitung des Podcasts. Ihr könnt uns auch bei PayPal unterstützen mit Beträgen in jedweder Größe. Wir haben drei Unterstützer bei Patreon, die uns mit 5 Euro im Monat unterstützen. Das ist das Timo-Hildebrand-Level und damit dürfen sie auch in jeder Folge genannt werden. Das sind Matthias, Ron und Christoph. Und ja, beim Tippspiel, da schauen wir dann noch kurz drauf, Prinz Poldi, immer noch der geilste Name, führt die Tabelle an mit 365 Punkten. Unfassbar. Seba 352 und Bernd 1893 mit 347. Ich gucke mal, ich habe, ich will gar nicht gucken, ich habe sieben Punkte beim letzten Mal. Ich tippe, das Problem ist, dass ich grundsätzlich nicht für Red Bull und VW und Hoffenheim tippe und grundsätzlich auch keine Niederlage für den VfB und dann ist es halt irgendwann schwierig mit den Punkten. Dann ist die Quote im Eimer, das kannst du dann vergessen. Wenn du dir die Tabelle anguckst. Ja, ihr könnt uns natürlich auch anders unterstützen als finanziell. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns bei Apple Podcast eine Rezension da lässt und 5 Sterne, wenn ihr uns was da lasst, dann lesen wir das hier auch gerne vor. Ansonsten gerne auch den Leuten weitersagen, dass es uns gibt. Erklärt den Leuten, was ein Podcast ist, wie man das runterlädt. Ihr findet uns mittlerweile nicht nur in jedem Podcatcher, den es gibt, sondern auch auf Spotify. Man kann sich die Folgen bei YouTube anhören. Der René hat das ja vorhin kurz schon angesprochen, den Eintracht Frankfurt Podcast kann man auf YouTube hören. Uns auch, auch zwei Stunden lang. Ansonsten findet ihr uns wie gewohnt auf unserem Blog rund um den Postring, auf Facebook, Twitter und auch auf Instagram. Folgt uns da, teilt unsere Beiträge. Da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns auf diesem Weg unterstützt. Und wenn ihr Teil dieser Podcast-Folgen sein wollt, dann gibt es die Möglichkeit auch. Und zwar könnt ihr uns eine Sprachnachricht schicken an die 0157 511 08680. Das ist die Nummer, die steht auch auf unserer Webseite. Schickt uns auf eine Sprachnachricht, die spüren wir dann mit eurer Erlaubnis hier ein und diskutieren drüber. Und so könnt ihr dann auch Teil dieser Podcast-Folge sein. So, Janik, jetzt haben wir es mal wieder geschafft. Wir sind mal wieder nicht unter zwei Stunden geblieben. Wobei, wenn ich vorne hinten noch ein bisschen was wegschneide, vielleicht schon. Aber meine Aufnahme zeigt hier zwei Stunden fünf an. Die nächste Folge werden wir aufnehmen nach dem Spiel in Augsburg. Also wie gesagt, jetzt am Samstag geht es gegen Leverkusen. und dann am Osterwochenende nach Augsburg. Wir werden in der Woche nach Ostern wieder aufnehmen. Ja, vom René haben wir uns schon verabschiedet. Ja. Es bleibt noch euch zu danken fürs Zuhören. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss. Vielen Dank. Schöne Ostern euch. Ciao. 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 Tau! 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 Vielen Dank.